Eine Schnecke macht sich auf einen Baum zu besteigen im Meer. Man kann sich da diesen Stamm vorstellen und diese Schnecke, die sich da langsam bewegt. Und dann setzt sich auf einen der unteren Äste eine Krähe, guckt die Schnecke an und sagt, was machst du denn da? Da sagt die Schnecke, ich will Kirschen essen. Da sagt die Krähe, aber jetzt gibt es doch keine Kirschen, sagt die Schnecke. Bis ich oben bin, gibt es welche. Ja, Resonanzen, Nachfragen zu gestern noch, bevor wir den neuen Tag starten. Ich habe begonnen, in dem Büchlein zu lesen, das Sie da aufgelegt haben. Ja, welches von denen? Mit dem Zirkusbild drauf. Dazu zwei Fragen, vielleicht können Sie die irgendwie im Verlauf des Tages einbauen. Einerseits das mit den Bildern, also unserer Fantasiereise, Sie haben da auch in Ihrer Rede, was davon beschrieben. Die Bilder aus Mosaiksteine auf unserem Lebensweg. Und interessant fand ich, dass Sie sagten, die Bilder seien von Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, aber die zeitliche Abfolge spielen gar nicht so eine Rolle. Ja, ich würde auch noch mal vorher gefragt nach der Synchronicität. Ich komme nachher zu einem Punkt, der heißt Resonanz. Und da kann ich darauf noch mal Bezug nehmen, da würde das reinpassen. Ja, also ich meine, ein Ziel ist normalerweise die Bestimmung auf einen Punkt, der zu erreichen ist, auf einen zu definierenden Weg. Oder vielleicht weiß ich den Weg nicht genau, aber ich weiß den Landepunkt. Das ist normalerweise unser Verständnis von Ziel. Und die meisten Entwicklungsinteressen im Leben funktionieren so nicht. Und deswegen bin ich davon weggekommen, Ziele zu definieren. Sondern ich finde es viel wichtiger, einen Sinn dafür zu entwickeln, ob man in der richtigen Richtung und auf die richtige Weise unterwegs ist. Dann wird man schon sehen, wohin man kommt. Das ist, finde ich, die viel wichtigere Kompetenz. Und wenn ich dann mich ausschließlich an den Dingen orientieren, die ich als Ziele definieren kann, dann enge ich mich ein auf viele Dinge, die aus mir werden können, von denen ich jetzt im Moment noch gar keine Ahnung habe. Ich kann die jetzt noch gar nicht zu den Zielen erklären. Deswegen schulen wir die Menschen sehr viel mehr in dem, was in diesem jüngsten Typen lehre, die Funktion ist des gefühlsmäßigen Bewertens. Die kriegen als Einzelne und in einer Spiegelungskultur, in einer Gruppe, einen hochwertigen Dialog darüber, sind wir auf gute Weise unterwegs, selbst wenn wir selbst gar nicht recht verstehen, was wir tun. Also es ist eine andere Art der Orientierung, die oft die viel wertvollere ist. Alle unsere Konzepte eröffnen Blickwinkel, die gleichermaßen fürs Individuum wie für die Organisation, wie fürs Zusammenspiel gilt. Andere Konzepte machen wir gar nicht. Ich würde an der Stelle gerne mal einhaken. Ich kann das nachvollziehen und teile das zu einem gewissen Punkt auch. Gleichzeitig fühlt mir die Fantasie, wie ich das einem Investor verkaufe. Also wenn es um Ziele im Unternehmen geht. Ja, also der Investor ist ja auch eingeengt. Der denkt ja nur an Geld. Ich sage ja, Ziel ist ja, Ziel ist ja, aber das ist so eine Unkultur, die muss ich eh nicht bedienen. Geld kann man nicht essen, das hat schon dieser Indianer-Häuptling vor langer Zeit gesagt. Aber ich bin ja auch nicht gegen einen Versuch, ein Ziel zu formulieren, dort wo das Sinn macht. Ich bin ja nur dagegen, ich sage ja nur, wenn ich das als kolonialistische Vorstellung daran orientiere, orientiere ich meine Wahrnehmung, welche Wirklichkeiten mich überhaupt interessieren, daran orientiere ich meine Prioritäten im Leben, mit wem ich überhaupt in Kontakt bin und all diese Sachen, dann ist es äußerst einengend. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, dort wo das ein geeignetes Vorgehen ist, ein Ziel zu definieren. Aber ich, also ein reines Renditeziel zu formulieren, ist für mich eine derartige Perversion. Mit der will ich mich gar nicht befassen. Also ein Investor, der nicht verstanden hat, dass am Ende eine humane Wirtschaft darin besteht, dass ich die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse organisiere, dafür ist Wirtschaften da. Und dass, wenn ich das gut mache, ich dabei auch einen Rückfluss im Geben und Nehmen habe, der mir einerseits ermöglicht, meine Ressourcen zu erneuern und auf der anderen Seite die Menschen, die diese Kombinationsleistung erbracht haben, auch für Güte mit der Möglichkeit, ihre Lebensräume zu erweitern und das wird in unserer Gesellschaft über Geld gemacht. Viele Dinge kann man über Geld auf diese Weise handelbar und flüssigbar und lagerbar machen und so weiter. Das ist vernünftig, aber wenn dann das Mittel, das Lebensmittel, das Geld bleiben muss, zum eigentlichen Lebenszweck wird, dann ist das völlig pervertiert. Und jemand, der das nicht versteht und nur in Rendite denkt, mit dem habe ich nichts zu schaffen, ich kann nur daran arbeiten, dass solche Menschen die Welt nicht regieren. Mir helfen Ziele als Beraterin, merke ich gerade, dass ich eine Orientierung behalte. Ja. Das Anliegen des Vis-a-vis. Und jetzt stelle ich mir vor, das ist für mich echt befreiend, kein Ziel zu formulieren, so wie ich es mir gesagt bin. Und überlege mir jetzt, wie ich mich dann sinnvoll orientiere, dass ich da nicht wie eine Flipperkasse funktioniere. Also ich verwende statt Ziele die Bestimmung von Ausrichtungen. Das sagt, in welche Richtung wollen wir gehen? Auf welcher Ebene wollen wir versuchen, damit umzugehen? Also es ist nicht so, dass es keine Steuerung ist, aber es ist nicht eine Steuerung auf einen jetzt schon bekannten Landepunkt hin. Also statt zu fragen, sind wir dabei, das Ziel zu erreichen, kann ich fragen, hast du das Gefühl bei dem, was dein Anliegen ist? Und wir wissen ja gar nicht, ob wir alles verstanden haben von dem, was dein Anliegen sein kann. Wir fangen ja einfach irgendwo an. Hast du das Gefühl, zum Teil weißt du es, dass du es beobachten kannst, zum Teil ist es ein Gespür im Bauch, dass wir in dieser Richtung vorankommen und dass wir auf eine gute Weise unterwegs sind. Und das ist mindestens so wichtig wie die Frage, wie viel Prozent sind wir jetzt dem Ziel schon nahe gekommen? Zumal wirklich wichtige Ziele im Leben weißt du nicht vier Kurven vorher, sondern die, was es eigentlich wirklich sein könnte, siehst du erst, wenn du um die letzte Kurve kommst. Und wenn du das alles schon vorher definieren willst und dich nur auf das konzentrierst, was du schon vier Kurven vorher wissen kannst, dann engst du dich gewaltig ein. Ich kenne das von den Betrieben, die haben Jahresziele, Dreijahresziele und so weiter und dann haben wir das beobachtet gerade im Budget oder was auch immer funktioniert, immer nur so halbpatzig, oder? Und ich manchmal denke, vielleicht ist es auch die Definition der Ziele. Ist es wirklich nur eine Zahlen in Definition eines Zieles oder ist es das Ziel zu sehen, wir wollen besser miteinander umgehen, so was zum Beispiel. Ist es oder? Naja, in unserer Wirtschaft ist es schon wichtig, auch, weil wir einfach bestimmte Umgang mit Mitteln brauchen, um nachhaltig überleben zu können. Ist es schon gut, Rahmensetzungen zu formulieren. Das ist aber nicht das Ziel. Das ist die... Gewinn ist nicht das Ziel eines Unternehmens, sondern ein notwendiges Ergebnis der Entwicklung, die mir ermöglicht, dass ich sie fortsetzen kann und vielleicht meine Spielräume erweitern kann. Aber der Gewinn ist doch nicht... Also wenn der Gewinn das Ziel ist, dann hat man vergessen, wofür man wirtschaftet. Also in dem kleinen Büchlein ist ja da, wie heißt das, Grundgedanken zu humanem Wirtschaften, da beschreibe ich all diese Dinge, die ihr da gefunden habt. Aber natürlich braucht in einer Gesellschaft, in der ich institutionelle Stabilität entwickeln muss, in gewissem Maße, in dem ich Mittelnachfluss sichern muss, in dem das über Märkte geht, die nach monetären Gesichtspunkten auch gesteuert wird, brauche ich schon auch dafür eine plausible Rahmensitzung. Aber ich darf das nicht zum eigentlichen Zweck der Sache erklären und das darf nicht das Ziel der Sache werden. Und die Unternehmen, die wirklich innovativ sind und die Welt voranbringen, wenn du da nach California in Silicon Valley gehst, das sind alles Unternehmer, die haben so viel Geld, die interessieren sich nicht für das Geld verdienen in erster Linie. Das sind alle Leute, die von einer Idee getrieben sind, wie man die Welt besser machen kann. Die muss man nicht teilen. Aber das sind Passionierte, das sind nicht Renditejäger. Das sind die, die nachher kommen, die Aska ja. Das sind Bühnen, auf denen ich mich nicht bewege. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich dort für das, was ich dazu denke, interessiert hat. Ja. Das sind gar keine spezifischen Reaktionen. Nein. Aber die Menschen, die zu uns kommen, ich meine, wir sind ja auch ein bestimmtes Kraftfeld und Kulturraum, das Institut und dies. Und das zieht ja Menschen an, die sich für solche Werte und solche Lebensorientierung auch interessieren. Und die entwickeln sich in einer Weise, die wiederum andere aufmerksam macht und sagt, hey, der entwickelt sich wohin, was für mich interessant ist. Wo hast du gelernt? Ah, in Wiesloch. Und dann gehen die, dann will ich auch nach Wiesloch. Das heißt, es entsteht einfach ein Kulturmilieu. Und die Leute, die sich für diese Werte, von diesen Werten aus irgendeinem Grund gar nicht angesprochen fühlen, die interessieren sich auch nicht für Leute, die durch Wiesloch bereichert werden. Und die kommen auch einfach gar nicht zu uns. Deswegen kann ich über diese Welten nicht viel sagen. Wir haben, aber es gibt, sagen wir mal so, unsere Gesellschaft ist nicht so schlecht dran, wie man oft denkt, wenn man nur die Zeitungen liest und die skandalösen Dinge. Wir haben so viele hochrangige, wichtige Leute aus der Wirtschaft. Wir haben ja fast alle DAX-Unternehmen, die bei uns Weiterbildung machen. Das sind wirklich oft kultivierte Leute und die sich auch wirklich einsetzen. Und die müssen leistungsmäßig gut sein, sonst wären sie nicht gehört. Also Leute, die nur auf Werte machen und leistungsmäßig nichts bringen, auf die hört keiner in der Wirtschaft. Und deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch keine Seminare über Werte. Bei uns gibt es Professionalisierung, gibt es Supervision für Arbeitsvorhaben. Aber darin ist immer ein Steuerungsgesichtspunkt. Und wie macht das Sinn unter humanistischen Gesichtspunkten? Oder bedienst du damit eine Perversion, die du selbst nicht gut findest? Und auf diese Weise erreichen wir doch relativ viele Menschen, muss man sagen. Aber wir sind ein Sandkorn in der Düne. Aber ein bisschen verändern wir die Laufrichtung der Düne. So weit das halt ein Sandkorn kann. Dann wollte ich nochmal was sagen, ich bin heute Morgen nochmal gefragt werden, wie steht denn das eine Konzept zum anderen Konzept? Und wie weiß ich aus den vielen Konzepten, die es gibt, welche die richtigen sind und wie die in ein System zu bringen sind? Das ist der Versuch, der etwas mit unserer Bildungstradition zu tun hat, dass wir versuchen, die Dinge randscharf zu erklären. Also wir wollen wissen, die Definition, also wo hört der Erklärungsraum auf und wo fängt ein nächster Erklärungsraum an und wie steht das genau im Verhältnis zueinander? Und das ist eine Art des Definierens, das für die an den Hochschulen gelehrte Wissenschaft einen gewissen Nutzen hat. Der George Steiner, ein berühmter Kulturwissenschaftler, der hat gesagt, diese Art von randscharfer Verständnis der Dinge, die ist gut für empirische Wissenschaft. Aber alle Kulturdinge sind auf diese Weise nicht genau zu definieren, sondern die brauchen kernprägnante Verständnisse. Also ich muss im Wesentlichen verstehen, worum es geht und mein Verständnis davon an einem Beispiel oder durch die Art, wie ich es lebe, spürbar machen können. Ich muss aber nicht die genaue Grenzziehung machen können. Das ist, da verfallen wir manchmal in Bildungstraditionen, die nicht sehr nützlich sind. Und in der Wissenschaftstheorie unterscheidet man zwischen Systemen, da werden dann die verschiedenen Erklärungssysteme zueinander in eine logische, eineindeutige Ordnung gebracht. Das sind diese Schemateien, den Lehrbüchern, die ihr interessant findet, aber nicht versteht und auch euch nicht daran erinnert. Und es gibt, und die andere Art, aufs Leben zu schauen, da bildet man Kataloge, das heißt, Betrachtungsgesichtspunkte, die man einfach nebeneinander setzt, ohne zu klären, wie die zusammen ein System ergeben. Das ist nämlich in den meisten Fällen überhaupt gar nicht nötig. Also viel wichtiger ist die Frage, ich erlebe etwas, dann fällt mir ein Erklärungssystem dazu ein und jetzt probiere ich, ob ich, wenn ich dieses Erklärungssystem auf das Lebensphänomen draufsetze, ob ich von diesem Lebensphänomen mehr verstehe und ob ich dann mehr tun kann. Und ich muss aber nicht erklären, wie dieser Zugang genau anders ist von einem anderen Zugang, der ähnliche Begriffe verwendet, die aber alle ein bisschen anders definiert sind. Und wenn ich das versuche, alles in eine Ordnung zu bringen, um die große Weltformel zu entwickeln, dann werde ich Kirre im Kopf. Das kann man einfach sein lassen. Also ich verwende dafür das Scheinwerferbild. Wenn ich euch das Jung'sche Typenlehre gebe, das ist dann wie, sagt, an den Himmel eures Theaters hänge ich einfach einen weiteren Scheinwerfer. Erkläre euch, wie der gebaut ist und was man in diesem Licht sehen kann. Und dann könnt ihr diesen Scheinwerfer anwerfen und könnt gucken, ob die Wirklichkeit, die ihr damit anguckt, ob ihr die in diesem Licht das Gefühl habt, mehr zu verstehen als ohne diesen Scheinwerfer. Und dann könnt diesen Scheinwerfer, kann man ausschalten und anschaltbar machen. Und dann kann man auch mehrere Scheinwerfer zusammenschalten. Aber man kann sie auch wieder auseinanderschalten. Also zum Beispiel Funktionsanalyse und Strukturanalyse. Strukturanalyse ist ein bestimmter Scheinwerfer und Funktionsanalyse ist ein ganz anderer Scheinwerfer. Die TA hat den Fehler gemacht, dass sie diese beiden immer zusammengeschaltet hat. Deswegen musste man das immer in eine zueinander passende Ordnung bringen, obwohl es das gar nicht gab. Oder Dramatreieck als Beschreibungsschema und Spielformel als Beschreibungsschema. Das sind zwei verschiedene Scheinwerfer, die beide was damit zu tun haben, dass da interaktiv etwas seltsam läuft. Jetzt zu behaupten, das Dramatreieck wäre in die Spielformel genau umsetzbar und umgekehrt, ist völlig unnötig und hilft und stimmt außerdem gar nicht. Also ich kann einfach mal sagen, wenn ich vom Dramatreieck drauf gucke, was sehe ich dann und was kann ich dann tun, was fällt mir ein zu tun und das kann ich ausschöpfen und wenn ich mit der Spielformel drauf gucke, was sehe ich dann und was kann ich dann tun. Und es ist eigentlich von sekundärem Interesse, wie genau das Verhältnis von Spielformel zu Dramatreieck ist. Und da ist unsere Bildungstradition beschäftigt uns oft mit Dingen, die eigentlich nicht vernünftig klärbar sind, weil sie alle randscharf gar nicht so gut definiert sind. Das ist jetzt ein bisschen sehr erkennstheoretisch abgehoben, aber ich wollte das nur mal sagen. Für mich wäre es ja toll, ich könnte nicht Scheinwerfer anstellen, sondern das ganze Licht. Das ist für mich eine angenehme Vorstellung. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Wir haben einen Gruppenraum und darin haben wir Fernsehaufnahmen gemacht und da gibt es einige Scheinwerfer, die beleuchten diesen Gruppenraum. Da habe ich gedacht, ich hänge doppelt so viele Lampen auf und mache noch mehr Licht, dann werden die Aufnahmen besser. Werden sie aber nicht. Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Das heißt, wenn du zu viel ausleuchtest, verwischst du Kontraste. Die Information entsteht durch das Verhältnis von Licht und Schatten, von Vordergrund und Hintergrund. Und wenn du unnötig viel gleichzeitig in den Blick nimmst, vernichtest du Informationen, weil die Kontraste, die ja erst die Informationen liefern, dadurch verloren gehen. Deswegen ist es auch gut, dass du keine Scheinwerfer aktivierst, die du nicht brauchst. Also jede Schule, die dir beibringt, dass du auf jeden Fall diese Diagnostik machen musst, ist Blödsinn, weil die auf ein Phänomen so viele Scheinwerfer richtet, bis du am Ende gar nicht mehr weißt, was du siehst. Und das, was du nur siehst, wenn die ganzen Scheinwerfer aus sind, weil jetzt erst die Lichtverhältnisse so sind, dass eine Differenz auftaucht. Dieses Phänomen wirst du gar nicht wahrnehmen können, wenn du da immer alle Scheinwerfer anmachst. Im Theater gibt es so, Entschuldigung, ich muss nicht sagen, ich stelle mir etwas an, und zwar ein Lebenspartner, der hat lange Licht gemacht im Theater und wenn man im Theater nach einer Aufführung über Licht redet, dann hat man etwas falsch gemacht. Das sind ja die Psychologen eigentlich auf der Bühne, die Lichtmenschen. Ja. Und das finde ich auch so witzig, wie viel Licht, eben, ich sage gar nicht, parallel da habe ich jetzt, dazu ist, wie das eigentlich war, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber das... Okay. Ja, also das ist Bateson, ich glaube, das habe ich in meiner Präsentation gar nicht da, das sind systemische Basics, aber wir kommen vielleicht gleich bei dem Wirklichkeitsbegegnungsschema drauf. Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht, nach Bateson. Das heißt, ich muss erst überhaupt einen Kontrast erzeugen können, zum Beispiel, durch das ich eine Frage so stelle, dass etwa bei dem Thema Grandiosität, ich muss die Fragen so formulieren können, dass ich feststelle, ist wenn jemand das als zum Verzweifeln findet, ist das eine milde Verzweiflung, die übertrieben ist, also eine grandiose Sache, oder ist das wirklich eine große Verzweiflung? Da erzeuge ich erstmal einen Unterschied. Das ist das eine. Und wenn alles gleich verzweifelt ist, entsteht der Unterschied erst gar nicht. Und das, jetzt ist aber die Frage, für den Fokus, den ich mit dem Klienten habe, macht das überhaupt einen Unterschied, ob er an der Stelle grandios ist oder nicht? Oder macht dieser Unterschied für die Frage, das Anliegen, mit dem er zu mir kommt, auch gar keinen Unterschied? Deswegen brauchen wir das gar nicht klären, ob das grandios ist oder nicht, weil das kein Erklärungsbeitrag oder kein Entwicklungsbeitrag ist für das Anliegen, das der bringt. Also, es ist dann nur ein Datum, die Fähigkeit, irgendetwas zu beschreiben, das hat aber keinen diagnostischen Wert. In der Klinik spricht man von Differenzialdiagnose, weil egal zu welcher Schlussfolgerung kommst für die Behandlung, macht das gar keinen Unterschied. Also, es ist dann so, es ist dann so wie in der Psychiatrie, das früher war, egal welches Etikett du gekriegt hast, du hast immer Haldol hinterher gekriegt. Hättest du aber die Diagnostik auch sparen können. Gut, ja, es freut mich sehr, dass ihr so erkenntnistheoretisch interessiert seid, weil mich das eigentlich auch sehr interessiert. Ich nehme davon immer vieles raus, weil ich oft die Erfahrung mache, dass die Menschen, mein Glück, mein Killer ist dann immer, wenn jemand sagt, ich habe es nicht verstanden, können Sie mal ein Beispiel machen. Ich versuche dann, this leads me to another story. Ich sage, wenn ich referiere über die Baum-Schnittstechnik eines Apfelbaums und warum, je nachdem, wie ich den schneide, welche Auswirkung das auf die Wachstumsform des Baums hat, wenn dann einer sagt, können Sie mir mal einen Apfel geben, dem ich schmecken kann, was Sie meinen, dann hat er was nicht verstanden, aber jemand, der das nur schmecken möchte, dem kann ich das auch nicht erklären, worüber ich rede, weil er das am einzelnen Apfel nicht schmecken kann, welche Baum-Schnitt-Techniken es gibt. So, dann gehen wir mal zu dem nächsten Block, Modelle und Perspektiven für Kommunikation und Begegnung. Ihr habt das ja in der Übersicht, diese fünf Punkte, und da gehe ich jetzt ein bisschen flott rein, weil wir später noch Dilemma an alle möglichen Sachen haben, die wir eh nicht ausloten können, aber wenn wir dann noch Spielraum haben, mache ich das lieber mehr. Das ist eines unserer weitest verbreitenden Kommunikationsmodelle, nämlich das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation unten und ich habe es hier in dem Chart kontrastiert zu diesem technischen Sender-Kanal-Empfänger-Modell der Kommunikation. Und das Wichtige daran ist, dass je nachdem, wovon ich ausgehe, wie eigentlich Kommunikation funktionieren könnte, wenn ich mit dem Sender-Kanal-Empfänger-Modell arbeite, gehe ich davon aus, dass wenn es richtig abgesendet ist, wenn der Kanal in Ordnung ist, muss auch das Erwartbare beim Empfänger ankommen. Und wenn der Empfänger darauf, beim Empfänger was ganz anderes ankommt, als ich glaube, gesendet zu haben, ist Apparat kaputt. Und dann brauche ich Reparatur. Und es gibt Kommunikationsbereiche, da ist das ein vernünftiges Modell. Also wenn ihr mit eurer Fernbedienung versucht, euren Fernseher zu steuern und der nicht macht, was ihr gedacht habt, welchen Knopf ihr gedrückt habt, dann ist das wirklich ein Problem und vielleicht ist der Apparat wirklich kaputt und da kann man dieses Modell gern drauf verwenden. Bateson hat aber mal den Unterschied zwischen Umgang mit Lebendensystemen so erläutert, gesagt, wenn du einen Fußball in genau berechnender Weise trittst, kannst du ausrechnen, wie er fliegt und wo er landet. Bei einem Hund ist das anders. Und das ist jetzt das Kommunikationsmodell für Umgang mit Hunden. Das heißt, jeder Organismus ist, wenn er, also das ist jetzt Varela und Maturana, das sind die chilenischen Erkenntnisbiologen, die sind für mich da zum Beispiel eine ganz wichtige Quelle, die biologische Erkenntnistheorie, die sagen, jeder Organismus ist erstmal damit beschäftigt, seine eigene Wirklichkeitsblase zu verwalten. So wie jede Hirnzelle im Hirn, die mit der Verarbeitung von Außenreizen beschäftigt ist, gleichzeitig hundertfach mit der Verarbeitung von Innenreizen beschäftigt ist. Das heißt, das, was draußen tatsächlich geschieht, ist meist nur ein Anlass für Selbstorganisation. Also das Maß, in dem jedes Wirklichkeitssystem eigentlich auf sich selbst bezogen ist, ist sehr viel höher als das, was dann an wirklichem Kommunikationsaustausch geschieht. Und das drückt sich in diesem Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation aus. Da treffen zwei Kulturen aufeinander und wir können einfach von, es ist ein Wunder, dass die überhaupt was miteinander anfangen können. Also anders als mit dem technischen System. Und wenn die in einer Kultur sozialisiert sind, dann, wenn einer sagt, ich gehe Straßenbahn fahren, dann kommt, dann kommt es wahrscheinlich beim Empfänger einigermaßen in dem Bereich an, die sich der Sender erwartet. Wenn ich aber in der Sahelzone mit einem Zulu, dem sage ich, gehe Straßenbahn fahren, dann kommt da überhaupt nichts an, weil der mit mir nicht in einer Kulturgemeinschaft lebt. Und wir müssen, und das ist ja das, was Eriksson auch immer vertreten hat, wir müssen davon ausgehen, dass jeder in seinem eigenen Kosmos lebt und es ein Wunder ist, dass wir uns überhaupt verständigen können. das heißt, dass wenn wir merken an irgendeiner Stelle, wir sind nicht, wir haben uns nicht verständigt, wir können nicht Hand in Hand arbeiten, das schwingt nicht richtig zusammen, heißt das nicht, dass Apparat kaputt ist, sondern heißt es, macht uns darauf aufmerksam, dass Kulturbegegnung eigentlich Kommunikationsarbeit ist, die ganz besondere Aufmerksamkeit braucht und deswegen auch mit einer konstruktiven Haltung A, irgendwie scheint bei dir was völlig anderes angekommen zu sein, als ich gedacht habe, wie du das verarbeiten müsstest, lass uns mal klären, wie das eigentlich läuft und was du eigentlich verstanden hast und in welchem System du dich dabei bewegt hast. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Haltung von Anthropologen entwickeln, als Kommunikationsmenschen, die davon ausgehen, dass wahrscheinlich ich nicht verstanden habe, in welcher Welt der anderen lebe, aber wir können trotzdem versuchen, uns das gegenseitig plausibel und verständlich zu machen. Und die professionelle Begegnung besteht deswegen zum größten Teil darin, in der Schaffung eines gemeinschaftlichen Wirklichkeitsraumes, in dem Dinge abgehandelt werden, die beide in ihrer Logik als nützlich erleben. Ich sage auch immer, es können aber zwei Menschen durchaus gut verheiratet sein, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Der Wirklichkeitsimperialismus fängt an, wenn ich meine, der andere muss den Dingen die gleiche Bedeutung geben, die ich ihnen gebe. Diese andere Haltung signalisiert dieses Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Die klassischen Konzepte, auf die muss ich jetzt vielleicht nicht groß Bezug nehmen, die kennt ihr aus der Transaktionsanalyse. Da wird aus den vielen Möglichkeiten, wie ich versuche, eine solche Verständigung herzustellen, wird ein bestimmtes Erklärungssystem und ein Interventionssystem entwickelt, psychologischer Art und gelehrt. Ich lasse das mal weg. Jetzt habe ich das so schön erzählt, in der Weise, dass ich jetzt eigentlich mit dem Wirklichkeitsbegegnungsmodell weitermachen sollte. Hier zeige ich noch mal kurz auf, wir haben hier das Beispiel gehabt von der Controllerin in der Organisation. Was heißt im Rollenmodell als Kommunikationsmodell komplementäre Transaktionen und nicht komplementäre Transaktionen. Und das zeigt ein Schema und da ist nichts mit gekreuzt und parallel. Diese grafische Metapher, die ist ausgesprochen irreführend. Die funktioniert nur im klassischen Drei-Ich-Zustandsmodell. Solange die beiden in den Organisationsrollen, also der eine, das war der Kollege der Therapiestunden oder Beratungsstunden, mit denen auf eine bestimmte Weise, wie es in dem Unternehmen üblich ist, haushalten sollte und den Controller, der darauf achtet, dass mit dem Kräftebudget der Einrichtung richtig umgegangen wird. Solange die auf der Ebene Ressourcenverantwortliche miteinander reden, sind die Transaktionen komplementär. Und ich habe gestern darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, den anderen nicht in seinem Interesse als Psychologe anzusprechen, sondern in seiner Verantwortung als Ressourcenverwalter einer Organisation, damit die Kommunikation zu dem Punkt, wie gehen wir mit Ressourcen um, komplementär läuft. Wenn der andere dann, ohne es zu merken, weil er ein leidenschaftlicher Psychologe ist, plötzlich mit mir wieder argumentiert, dass man halt für die Behebung frühkündlicher Störungen 800 Stunden braucht und eine intensive Frequenz der wöchentlichen Sitzungen, dann rutscht er sozusagen aus der Wirklichkeit des Ressourcenverwalters in eine frei flottierende Wirklichkeit des psychologisch Interessierten. Und wenn er damit aber argumentiert, dass er deswegen die Stunden nicht begrenzen mag, dann ist es eine nicht komplementäre Transaktion, weil er den anderen nicht, weil er selbst nicht mehr als Ressourcenverantwortlicher spricht und sich auf den anderen auch nicht mehr bezieht als jemand, der mit der Ressourcenverantwortung im Unternehmen umgehen muss, sondern an den anderen appelliert, dass er doch seine rigiden Haltung aufgeben müsste und sich der tiefen Bedeutung menschlichen Lebens stellen müsste und dann läuft es völlig auseinander, die Kommunikation. Das gestern von Kindergründiger und Vatergründiger Transaktion gesprochen und heute merke ich, du sprichst von komplementärer, nicht komplementärer Transaktion. Was ist ein Unterschied? Nein, es sind zwei verschiedene Scheinwerfer. Also der eine Scheinwerfer sagt, findet es zusammen oder findet es nicht zusammen und der andere Scheinwerfer sagt, was ist im Vordergrund aus der Perspektive, aus der ich schaue und gibt es Kräfte dem Hintergrund, die die Beziehung steuern, die nicht im Vordergrund sind. Es sind einfach zwei verschiedene Scheinwerfer, für die es deswegen auch zwei verschiedene Begriffssysteme gibt. Ich erlebe ja oft, dass viele aus ihrer professionellen Rolle teilweise sich das nicht immer deckt mit der Organisationsrolle. Zum Beispiel jetzt in der Pflege die wollen ungefähr zehn Betten neu kaufen oder sowas und die Organisationsrolle sagt, haben wir kein Geld für. Und da gibt es oft Konflikte, weil das gegenseitige Verständnis manchmal, also diese Passung funktioniert nicht, das wäre für mich fast wie eine Kreuzung. Kann das so, sehe ich das? Ja, also ich nenne es nicht Kreuzung, wie gesagt, sondern nicht komplementär. Also die sind offenbar nicht, beziehen sich nicht auf ein Wirklichkeits- und Werte- und Steuerungssystem, wenn die miteinander reden, sondern beziehen sich auf verschiedene Systeme. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir jetzt nicht da die Menschlichkeit und die Ressourcenverwaltung gegeneinander ausspielen, sondern beide haben eine Verantwortung gegenüber Ressourcen und beide haben hoffentlich eine Verantwortung gegenüber menschlichem Umgang mit dem Ding. Und deswegen, aber sie müssen sich irgendwie darüber verständigen, reden wir jetzt beide als Mitarbeiter einer Organisation, du als Pflegerin, ich als Verwaltungsleiterin zum Beispiel und wie gehen wir mit beiden Dimensionen um. Und die müssen in die Rolle integriert werden, die dürfen nicht auseinander fallen. Also muss man da wieder diesen gemeinsamen Weg finden, also eine Passung finden. Ja, also Passung, den Begriff verwende ich für was anderes, aber man muss ein gemeinsames Verständnis dafür, in welchen Rollen bezogen auf welche Welten sprechen wir eigentlich gerade überhaupt miteinander. Also das geht von diesem Prinzip aus, dass Kommunikation als Rollenkommunikation konzipiert wird und die Rolle hat was mit dem System zu tun. Und da gibt es vielleicht unterschiedliche Konzeptionen, das eine sind Organisationsrollen, die so gebaut sind, dass sie sich zum Beispiel nicht eins zu eins übersetzen lassen in zum Beispiel Beraterrollen, wie du sie in der Weiterbildung lernst. Da sind ganz andere Steuerungskriterien und Prioritäten fließen da rein in der Konfiguration der Rolle und der Handlungssteuerung und da muss man sich darüber verständigen und dass man wechselseitig überhaupt versteht, nach welchen Gesichtspunkten kommst du eigentlich zu der Kommunikationsbeitrag, den du hier lieferst, dass das notwendig ist, das beschreibt das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation und wir kommen dann gleich nachher nochmal zu diesem weiterentwickelnden Schiffchenmodell, wie diese Wirklichkeitsbegegnung, wenn das nicht zusammenkommt, man merkt, es kommt nicht zusammen, wie man das schrittweise aufbauen kann, dass man überhaupt Gemeinschaftswirklichkeit herstellt durch Kommunikation und sehr oft wird es einfach angenommen, die wäre da, die Gemeinschaftswirklichkeit und dann passt es aber nicht und dann hält man das für einen wie auch immer gearteten Konflikt, aber der Konflikt ist nur die Folge dafür, dass man sich darüber geirrt hat, dass man noch gar nicht in einer gemeinsamen Wirklichkeit ist. Jetzt war ich hier dann nochmal beim Rollenmodell der Kommunikation und das Bild hier, das Beispiel dazu war eben, können wir das von gestern nehmen, die Verwaltungsleitung spricht den Berater an, wie sie mit Ressourcen umgehen, zunächst antwortet derjenige, wie er sich das vorstellt, wie er seine Stunden auf die Klienten verteilt, wie er mit Wartelisten umgeht, also unabhängig davon, ob die sich einig sind im Inhalt, aber sie reden auf der richtigen Ebene, nämlich über verantwortlichen Umgang mit Ressourcen, das ist noch komplementär und dann kann aber sein, dass dem Berater die Einschränkung, die sich ergeben würde, wenn er so weiterredet, wenn es nämlich um die Verantwortung den gesamten Ressourcen gegenüber geht, dass ihm das nicht gefällt und dann wechselt er, vielleicht ohne dass er selbst merkt, die Kommunikationsebene und argumentiert jetzt mit Bedürftigkeit derer und mit State of the Art der Psychologischule, in der er gelernt hat. Und das ist dann das, was man früher eine gekreuzte Transfraktion genannt hätte und da muss natürlich der Controller oder die Kontrollerin, die Verwaltungsleiterin muss merken, dass der andere nicht nur eine andere Ansicht hat auf der Rollenebene, über die wir jetzt sprechen, sondern dass der andere überhaupt die Wirklichkeitsebene wechselt. Und dann hat es keinen Sinn, jetzt sich auf die Argumente dieser anderen Wirklichkeitsebene zu beziehen, sondern erst darüber zu sprechen, wie kann der zurückkommen auf die Ebene, auf der die Diskussion stattfinden muss. Und das ist ganz ähnlich, da können wir ganz viele Arbeitsfiguren der Transaktionsanalyse mit den Ego-States verwenden. Ich muss den selbst eindeutig aus einer bestimmten Rolle kommunizieren und muss den anderen auch eindeutig in einer bestimmten Rolle ansprechen, sodass der seine Energie sozusagen aus seiner Professionsrolle wieder rauskriegt und in die Organisationsrolle gehen kann. Und dann erst können wir uns weiter unterhalten und dann können wir immer noch unterschiedliche Interessen und Ansichten haben, aber wir sind wenigstens auf der richtigen Kommunikationsebene. Also vier wäre dann praktisch die Kreuzung, jemand spricht den anderen plötzlich an und sagt, ja wissen Sie, Sie als Betriebswirtin, die hier den Job haben, Sie können das ja auch gar nicht beurteilen. Wie viele Stunden so ein Klient braucht, das wäre eine gekreuzte Transaktion, die auf diese auf die unterschiedlichen Ansichten unterschiedlicher Professionswelten abzielt. Beides ist vordergründig, da ist nichts hintergründig dran. Wenn man das mit dieser Brille anguckt, kann man das vordergründig problemlos so beschreiben. Hintergründig könnte vielleicht sein, dass da zwei Frauen sind, die in einer persönlichen privaten Konkurrenz zueinander unterschwellig, wer hier eigentlich die bessere, wichtigere Frau ist in diesem Laden. Konkurrieren, das wären dann unten dieses 1A und 2A. Dann hätten wir das andere Schema. Also obwohl beide eigentlich kompetent sind und auch den Unterschied zwischen Professionsrollen und Organisationsrollen kennen und bedienen könnten, merkt man, dass doch der Kommunikationsverlauf anders läuft und woanders endet, als man aufgrund dieser Kompetenz erwarten könnte. Da kann sein, dass es da Wirkkräfte im Hintergrund gibt, die bisher nicht im Vordergrund sind und die können ganz verschiedener Art sein und da kommt dann dieses Schema rein Vordergrund Hintergrund Die Wirkkräfte ich will das nur jetzt auch nochmal sagen, dass es nicht wieder zu individual psychologisch wird Die Wirkkräfte die im Hintergrund arbeiten können aber auch ganz anderer Natur sein die können zum Beispiel das Geschäftsmodell der Company sein dass die deswegen eigentlich das nicht wirklich denken könnten dann wenn sie das so denken würden dann müssen sie dem Kunden eine andere Abrechnung machen und diese Abrechnung wäre teuer und deswegen wirkt bei allen Beteiligten im Hintergrund das Interesse die bisherige Geschäftsmodelle und den damit verbundenen Gewinn beizubehalten was sie beide nicht frei macht auf anderen Kommunikationsebenen sich auch wirklich ehrlich und wirksam zu verständigen also es gibt ganz andere Arten Hintergründe es ist nicht immer nur die persönlich private biografie orientierte Hintergrundbeschreibung die wir uns angewöhnt haben in der Transaktionsanalyse Ja Warum kann man das nicht auf eine Rollenbereich ebene kommunizieren weil das ist irgendwie Tabu oder warum bleibt das dann nicht drin also es kann zum Beispiel sein dass der eine gar nicht weiß gar nicht richtig den Kontext nicht genügend versteht dass er gar nicht weiß wie die Abrechnungsströme laufen im Hintergrund zum Beispiel der Mitarbeiter einer Beratungskampagne und es kann für den ist es insofern eine Hintergrundskraft die wirkt die er gar nicht recht versteht ja und für den für den anderen der mit ihm spricht der im Prinzip dieses Modell weiß wie das Business Modell läuft der will nicht ehrlich zu sich sein weil das Geld kosten würde also ein Beispiel Kräer das Beispiel Ja ich hänge noch ein bisschen bei deinem Beispiel die beiden Frauen ja was ist für eine Überlegung dass du sagst das ist jetzt auf der Privaträume Ebene weil wenn du sagst so verbleckt geht es vielleicht um die Frage wer hat welche Macht und Bedeutung innerhalb der Organisation dann könnte ich auch sagen es ist ja auf der Organisations ja das kann man auch machen da gibt es hinter gönlich einen Kampf um Hierarchie und Aufstieg ja ich habe also ursprünglich war das Beispiel mal ein Männer Beispiel und da hieß es es ging eigentlich einfach um die um eine Männer Rivalität die jetzt unabhängig ist jetzt habe ich das Beispiel auf Frauen Ebene umgewandelt und da habe ich jetzt diese Begriffe von ich würde sagen wer ist die schönste ist vielleicht was ist daran das wirklich wichtige und diese ganzen Schemata sollen uns halt zeigen dass es keine festen Analyse Schemata gibt das Leben ist immer sehr sehr viel vielfältiger als die Analyse Schemata und Diagnose Schemata die wir gelernt haben und deswegen ist es mein Anliegen dass ich Metaschemata lerne dass ich für jede Situation mir ein neues Diagnose Schema machen kann also dass ich Scheinwerfer so konfigurieren kann dass ich in denen plötzlich was sehe was ich vorher nicht gesehen habe und es kann sein dass ich manchmal einen Scheinwerfer brauche wo es im Laden keinen fertigen zu kaufen gibt ich muss den an der Stelle selbst anfertigen weil ich merke da ist was was vielleicht wichtig ist und ich weiß nicht wie man das sichtbar machen kann ist in einer Weise auch sehr viel anspruchsvoller weil man kein festes Handwerk mit Regeln lernen kann dass man dann immer so macht wie man halt macht sondern man wird eigentlich zum freien Künstler der Handwerk braucht aber sich nicht durch Handwerk definiert so aus diesem aus dieser stärkeren Bezogenheit auf Rollen und auf Kontexte ziehen wir eine Reihe praktischer Konsequenzen die ich nochmal deutlich machen wollen wir machen sehr viel Rollen und kontextbezogene Spiegelung in unseren Weiterbildungsgruppen also zum Beispiel gibt es eine Spiegelungsgruppe die so geht das machen wir im Masterprogramm jemand erklärt wie er sich auf dem Markt zur Verfügung stellt und die anderen in der Gruppe teilen wir nach Perspektiven ein also du stellst dir vor du bist ein Auftraggeber für den du stellst dir vor du bist ein Mitarbeiter von dem du stellst dir vor du bist ein Lebenspartner von dem im Privatbereich du stellst dir vor du bist ein Kunde von dem der im täglichen bedient wird und nun hört mal jeder aus dieser Perspektive und aus dieser Rolle zu was in ihm für Wirklichkeitsbilder entstehen wenn die jene sich präsentiert und das wird dann nachher gespiegelt ich als Kumpel würde mit dir unheimlich gern um die Häuser ziehen aber wenn ich mir vorstelle ich bin leider eines Beratungsunternehmen und du schaffst bei mir hätte ich so das Gefühl du gehst mit ein paar wesentlichen Gesichtspunkten unserer ordentlichen Wirtschaftstätigkeit viel zu Lachs um ich würde dich aus dem Grund nicht nehmen und der Kunde würde sagen ich fände dich klasse weil ich habe das Gefühl wenn ich dich begeistern kann so wie du dich präsentierst dann machst du für mich alles ob das sinnvoll ist oder nicht aber wir hätten eine tolle Zeit zusammen einer sagt ich bin jetzt ich prüfe ob ich den in Coaching Verband mit aufnehmen nicht allgemeiner Art irgendwas was mir halt auffällt wenn ich mit dir kommuniziere sondern es werden Bühnen es werden Inszenierungen es werden Rollenperspektiven Interessenlagen definiert und aus denen heraus wird sehr spezifisch dem anderen zurück gemeldet welche Bilder in mir entstehen wenn ich sein Wirklichkeitsverhalten erlebe und das führt dazu dass die Leute eine sehr viel mehr Rollen und Feld spezifische Persönlichkeitsentwicklung machen und wir bieten auch zunehmend das an also wir haben ja immer Selbsterfahrung angeboten die sehr aufstellungsmäßig biografisch wenn es dann auch mit Elementen von Wirklichkeits Stilanalyse gemacht war auch immer sehr beliebt geht aber zurück mittlerweile bieten wir an Selbsterfahrung sagen wir mal für Unternehmer und da wird nicht Selbsterfahrung als Ehepartner und was ich schon immer im Leben werden wollte und wie gehe ich mit Gefühlen um sondern speziell aus der Unternehmer Perspektive wie erlebe ich da die Welt was tue ich da dann habe ich andere die auch aus dieser Unternehmer Perspektive reflektieren und die spiegeln mir auch speziell wie sie das erleben wie ich mich als Unternehmer positioniere denn Persönlichkeit ist bei uns ja das Bündel der Rollen auf den Bühnen meiner Welten und heute die meisten Selbsterfahrungen bei uns sind immer noch eigentlich lassen uns automatisch eintauchen in die Welt der privaten Psychologie und Biografie auch wichtig aber die Hoffnung dass daraus Übertragung auf rollenspezifische und feldspezifische Entwicklungen stattfinden da ist vieles Illusion und deswegen brauchen wir dafür eigene Selbsterfahrungs- und Persönlichkeitsentwicklungsprodukte die bei uns auch sehr gern angenommen werden die nächste viele in der nächsten Generation wollen auch gar nicht mehr dass man im eingemachten da dauernd rumwühlt die wollen schon dass es essentiell ist dass sie ein ehrliches Feedback kriegen dass sie spüren können wie andere rollengemäß auf sie reagieren wie sie das Gefühl haben dass sie professionell aber auch human behandelt werden in ihren Rollenbeziehungen die wollen aber deswegen nicht in ihrer Kindheit was machen und da gibt es sehr viele Selbsterfahrungs- und Spiegelungsformen die brauchen die Kindheit auch gar nicht dazu obwohl wir natürlich sagen können aus dem anderen Gesichtspunkt hat jeder natürlich Hintergründe die immer mit der Kindheit zu tun haben aber die gibt immer ist die Frage sind sie relevant und sind sie und ist es das in den Vordergrund zu holen ist das wirklich didaktisch das beste Mittel jemand in seiner Persönlichkeitsentwicklung etwa im professionellen Kontext zu verhelfen und da dürfen wir nicht schematisch alte Psychokulturen betreiben weitere Konsequenzen hat das passt nicht ganz genau logisch dazu aber ich will es mal erwähnen ist dass wir in der Weiterbildung zunehmend sogenannte Reifegradsprüfungen machen wir gehen davon aus normalerweise gehen wir davon aus dass jeder wenn er ein Supervisionsanliegen einbringt es in der Stunde die wir dafür zur Verfügung haben möglich sein müsste dem irgendwie entscheidend weiter zu verhelfen und uns kommen dann Leute ins Organisationsentwicklung Curriculum die haben solche Jumbos zu verwalten und die haben dann irgendwie die Erwartung wenn ich jetzt schon mal dran bin dann muss ich auch hier all das kriegen was ich brauche um diese großen Jumbos zu verwalten und manchmal klappt das ganz wunderbar aber manchmal scheitern die Gruppen auch ganz kläglich weil es viel zu kompliziert ist das gar nicht erreichbar ist in der kurzen Zeit und deswegen haben wir bevor jetzt so ein großes Thema angegangen wird machen wir eine Reifegrad Prüfung da haben wir Fragebögen entwickelt die kann ich euch jetzt nicht sagen die ist bei uns aber auf der Website der schildert mal kurz welche Rolle er spielt was sein Thema ist und wie er die Organisation erlebt und dann überlegen und dann kreuzen die anderen an Erinnerung damit wie weit ist er in seinem Lernprozess und das was er hofft jetzt lernen zu können glaubt man dass dieser Entwicklungsschritt in der Arbeitseinheit die wir jetzt machen können auch nur annähernd bedient werden kann das betrifft ihn als Person und dann gibt es einen Reifegrad für die Organisation in der er das tun will er kann es ja nicht allein tun sondern nur wenn die Organisation so spielt wie er sich das vorstellt kann er ja auch Fortschritte erzeugen also hat die Organisation Erfahrung mit so was wie geht die Organisation mit Leuten wie ihm normalerweise um wenn was nicht klappt hat er Ansprechpartner mit denen das was nicht klappt angemessen besprechen kann also wie ist der Lernstand und die Lernfähigkeit der Organisation das ist die zweite Reifegrad Prüfung und das lege ich dann nebeneinander und dann wird oft in einer ersten Runde überhaupt erstmal ausgetauscht dass man das Gefühl hat dass er selbst bei weitem nicht an dem Punkt ist dass er das Ding steuern könnte er kann es nicht selbst wenn die Organisation es könnte er blickt nicht genügend durch und dann müssen wir sich eher drüber unterhalten was sind Lernschritte und falsch einschätzt wie fit die Organisation ist oder das Feld für das er was tut dann spricht man darüber sagt du bist jetzt aber der dritte kompetente Berater der sich dort versucht und wie sind die bisherigen Versuche ausgegangen gibt es irgendwelche Anzeichen dafür dass es dieses Mal anders läuft und da sind die Menschen oft in der Selbstüberschätzung die denken wenn sie richtig gut sind dann muss es weil sonst besteht die Gefahr dass wenn er es nicht hinkriegt er kann was nicht ich habe da die Metapher vom Springreiten lernen mal erzählt wo ich nicht springen konnte das Pferd konnte es aber auch nicht und das hat zu sehr schwierigen Situationen geführt und ich habe dann gemerkt dass wenn ich durfte auf ein Pferd über wechsel das springen konnte dass ich dann viel besser springen kann obwohl ich es noch nicht gut kann und dann bin ich zurück auf das ungeschulte Pferd und da lief gar nichts und das eine ist der reife gerade der Organisation das andere ist mein persönlicher reife grad und dann kann man über diese Zusammenspiele nachdenken und was sehr oft gerade im Organisations Bereich viel zu wenig gemacht wird ist dass geklärt wird ob die Ressourcen überhaupt verfügbar sind da kommen wir noch gleich dazu wenn wir das Verantwortungs Dialog Schema machen das ist etwas auf das ich nur kurz verweisen möchte das ist ein Supervisionsmodell das ich vor vielen Jahren mal entwickelt habe für die TA wir haben nämlich damals angefangen Supervisionsperspektiven zu unterscheiden in den Anfängen haben wir einfach immer Transaktions analysiert und gelernt richtige Ego-States richtig anzusprechen Gefühle richtig zu identifizieren Transaktionen richtig zu kreuzen und all diese Sachen und das wäre ein kleiner Teil der praktischen Fallarbeit aber auch da sind wir ja zunehmend übergegangen von solchen Einzel- Supervision gesamte Fälle oder Projekte anzugucken also wie wird in der Praxis die Sache aufgezogen und durchgezogen und das nannte ich dann die Praxissupervision da geht es nur darum wie koordiniert jemand sein Verhalten und seine Selbststeuerung und den Umgang mit dem Klientensystem so dass daraus irgendwie eine vernünftige Fortschritt in der Praxis werden kann und das ist ein anderer Supervisionsgesichtspunkt als die Frage versteht versteht er dabei den gesamten Umfeld in dem er sich bewegt richtig und erinnert euch an die Kompetenz Formel Rollenkompetenz mal Kontext Kompetenz mal Passung da wollen Menschen immer wieder mehr Supervision für ihr Rollenverhalten und stattdessen bieten wir ihnen an eine Supervision darüber ob sie ihren Kontext richtig verstehen und sich in dem Kontext richtig bewegen das ist eine andere Art von Supervision wenn ich nur eine halbe Stunde habe kann ich nicht jede Transaktion konfrontieren und gleichzeitig eine vernünftige Analyse von Kontext Bezug machen und wieder ein anderes Thema ist dann die Frage habe ich die Konzepte in denen ich dabei denke sind es vernünftige Konzepte habe ich die verstanden und haben die einen relevanten Bezug zu dem was ich da tue oder sind es irgendwelche Konzepte und das was ich erzähle wie ich mir das theoretisch vorstelle und dem wie ich mich steuere im Verhalten das hat überhaupt keinen Bezug zueinander und das sind verschiedene Supervisions Perspektiven am Ende muss es natürlich alles zusammen kommen aber man kann es nicht alles gleichzeitig gehört in einen Supervisions Kontrakt eine Beurteilung seitens des Supervisanten wie seitens des Supervisors eine Meinung sich darüber zu bilden welche Art von Priorität der Supervisions Perspektive er überhaupt braucht weil es gibt Menschen die dann chronisch falsch einschätzen welche Art von Supervision sie eigentlich brauchen und deswegen auch immer die Entwicklung nachfragen die ohnehin bei ihnen schon relativ gut versorgt ist aber nicht die Entwicklung nachfragen die sie brauchen dass es im Zusammenspiel nachher funktionieren kann gibt es mehrere Aufsätze dazu könnt ihr finden ja ja da kann man zum Beispiel sagen aus den Konzepten die du kennst welches fällt dir ein wenn du diesen Klienten vor Augen hast und und dann kann man gucken hat das Konzept das ihm einfällt weiß er das überhaupt oder hat er völlig diffuse Vorstellung davon und wenn er es einigermaßen weiß was dieses Konzept beleuchtet kann man mit ihm darüber sprechen ob für dies für das was er hier beleuchten möchte diese beleuchtung überhaupt eine Information her gibt oder vielleicht gibt es gar keine Information her dann muss er das chronische wecken von Erklärungsschemata das sind dann Denkgewohnheiten da muss er lernen diese Denkgewohnheit loszulassen dass er nicht immer in Spielen denkt ob das passt oder nicht und dann wird seine Intuition nach und nach darin geschult aus dem riesen Reservoir von Scheinwerfern theoretischer Art die er gelernt hat die wachzurufen die auch eine Resonanz zur Situation mit der es zu tun hat und zwar eine kompetente Resonanz und nicht eine zufällige durch irgendwas ausgelöste Resonanz erzeugen und dadurch wird professionelle Intuition geschult das das hieß Toblerone Modell das soll eine Toblerone Schokolade sein das sind die verschiedenen Rippchen die verschiedenen Rippchen der Toblerone Schokolade sind das also das heißt an jedem an jedem Supervisions Beispiel musst du diese drei über die drei Perspektiven nachdenken und über ganz viele Rippchen dieser Art entsteht eine lange hoffentlich gute Schokolade Ein hat sich bei euch rumgesprochen dass dieses Thema Resonanz zur Zeit sehr häufig in der Erkenntnistheorie eine Rolle spielt Hartmut Rosa zum Beispiel hat über Resonanz einiges gemacht das ist ein neuer Begriff Robert Sheldrake hat über demorphogenetischen Feldern der sagt die verschiedenen Sphären der Welt sind dadurch miteinander verbunden dass sie einander Resonanz geben das heißt die Aktivität auf einer Ebene eine irgendwie dazu passende oder dadurch getriggerte Aktivität auf einer anderen Ebene auslöst das hat etwas mit unserem neuen Verständnis vom Gehirn zu tun da ist es ja auch so dass die Gehirnorganisation mittlerweile immer weniger strukturell gesehen wird sondern immer mehr die Gehirnfunktionen erkennt man daran dass ganz bestimmte Felder die ganz verstreut sind im Gehirn zusammen aktiv werden und sich gegenseitig aktivieren das heißt man denkt in Resonanzfeldern mehr als in tätigen Strukturen es ist ein Wandel in unserer grundsätzlichen Betrachtung von Systemzusammenhängen Erkenntnis theoretisch der sich jetzt hier so langsam abzeichnet und deswegen ist es so wichtig sich klar zu machen dass die eigene Behandlung bei einem Klienten und die eigene Diagnostik und das alles was damit zu tun hat was bei einem selbst in Schwingung gerät wenn man denjenigen erlebt und das ist und das hat Bern schon damals behandelt unter dem Stichpunkt Ego Stay Diagnosis nämlich die der sozialen Diagnose ich gucke welche Resonanz löst es in mir aus ich möchte bemuttern also kann ich im Rückschluss daraus ziehen vielleicht ist der andere Kind ich Zustand und ich halte diese soziale Diagnose der Begriff stimmt heute nicht mehr für ein ganz wichtiges Instrument ich sitze immer da und beobachte mich selbst welche Wirklichkeit entsteht in mir in Resonanz im Kontakt zu dem Klienten und ein Teil dessen was da bei mir resoniert hat natürlich mit Wirklichkeit des Systems A nämlich mir zu tun und das kann auch sehr schematisch sein was da immer wach wird kann durch tausend Sachen undifferenziert getriggert sein da muss ich lernen das zu differenzieren aber dass das in mir wach wird hat auch was damit zu tun dass irgendetwas im System des anderen es in mir auslöst wir sind also ein im Wechselspiel sich befindliches Resonanzsystem das gilt für die zwischen den Teilpersönlichkeiten intern das kann man in der Zweierbeziehung aber auch im Team oder in der gesamten Organisation oder in der Gesellschaft so beschreiben das heißt zu verstehen mit welcher Wirklichkeit wir im Moment wie umgehen das wichtigste diagnostischste Instrument ist dass ich meine eigenen Resonanzen identifiziere und praktisch in der Spiegelungsübung wird es bei uns so eingeleitet wenn ich hier zuhöre merke ich dass in mir folgendes Bild wach wird dass dieses Bild wach wird ich werde zum Beispiel länger ich dir zuhöre desto vorsichtiger werde ich und ich merke dass meine Nachfragen eigentlich wenn ich es mir recht überlege hauptsächlich dazu diene Kontrolle aufzubauen dass das was ich nicht einschätzen kann dass mich das nicht unangenehm überrascht und dadurch dass ich mir das klar mache was für Systeme in mir wach werden kann ich das dem anderen zur Verfügung stellen dass er weiß welche Wirklichkeiten ruft der eigentlich bei anderen hervor und dann kann ich sagen es kann sein dass ich besonders misstrauischer Typ bin bin ich aber normalerweise nicht deswegen ist es vielleicht doch kein Zufall dass es gerade in unserem Gespräch zu diesem Thema stattfindet kannst du denn damit was anfangen also wenn du hörst was da in mir wach wird kennst du das irgendwie ich ich glaube das geht ganz vielen so aber keiner sagt es mehr du sagst es aber hast irgendwie eine Idee wodurch das ausgelöst wird und in welchen Feldern passiert das denn noch und bei welchen Themen und dann kann man die Zusammenhänge ganz vieler Felder und Inszenierung zu einem bestimmten Wirklichkeits Resonanz System analysieren und dann erfahren die Menschen sehr viel mehr darüber was sie selbst wie sie selbst dazu beitragen ob willentlich oder unwillentlich welche Wirklichkeit entsteht und kompetente Kommunikatoren beziehen andere in ihre Wirklichkeit ein das gilt für große Therapeuten genauso wie für Demagogen dass es mir gelingt den anderen glauben zu machen dass das die Wirklichkeit ist heißt nicht dass ich ein gutes Werk tue das ist dem Adolf auch gelungen und das hat jetzt in Bezug zu dem was ich ja Wirklichkeits Ziel Analyse genannt habe Bern hat ja schon gesagt achte auf die Anfang Transaktion und ich weite das aus und achte wenn Wirklichkeit eine neue Inszenierung beginnt achte von vornherein wie du beschreiben würdest was für eine Wirklichkeit nach welcher Logik sie hier eigentlich entfaltet und lass dich einbeziehen aber beobachte was für ein Spiel das ist indem du dann plötzlich mitspielst und stelle dieses Meta Bewusstsein zur Verfügung dass beide einen Lernprozess bezogen auf die Analyse dieser Wirklichkeit machen können also es geht nicht darum zu denken der andere will irgendwas ungutes machen der entfaltet seine Wirklichkeit wie er sie entfaltet manchmal weißt er gar nicht warum und wie und unsere gemeinsame Aufgabe ist Learning Conversation dass wir lernen zu studieren im Entstehungs in der Entstehungsphase von Wirklichkeiten was sich da verwirklicht und nach und welcher Logik das folgt weil dann ist die Chance dass wir da in eine Parallele Wirklichkeit umswitchen können und andere Wirklichkeiten stattdessen aktivieren können wird einfach immer größer und deswegen habt es ja gestern gesehen ist so wenn ich dann Dinge erlebe von denen ich merke die lassen mich nicht los dass ich dann ich weiß aber nicht wie ich daraus eine Diagnostik oder eine Intervention machen soll dass ich die dem anderen einfach als Beobachtung zur Verfügung stelle ich merke dass obwohl wir beide uns bemühen ein Verständnis dieser geschilderten Situation vorzubringen merke ich dass eigentlich meine Konfusion dass ich das Gefühl habe ich verstehe das nicht und zunehmend dass mich schlecht fühlen dass ich es nicht verstehe und meine ich müsste mir was einfallen lassen dass ich es trotzdem verstehen kann dass es in mir immer stärker ist und da würde ich dir keinen Dienst tun und würde mir keinen Dienst tun und wenn ich das dir so schildere dass das in mir passiert und dass ich aus der Brille betrachtet uns da folgende Wirklichkeit entfalten sehe was weißt du darüber kennst du das von anderen Bühnen von anderen Zusammenhängen was hast du bisher schon gelernt hast du Informationen aus deiner Innensteuerung die ich von außen nicht sehen kann kannst du die mir bereit stellen wenn ich dir das so sage welches Bild entsteht dann in dir kannst du es zurück verfolgen gab es da Weichen Stellung und 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 das gibt dann eine gemeinsame Analyse Basis sich entfaltende Wirklichkeiten in der Entfaltungsphase zu identifizieren weil Wirklichkeiten neigen dazu höchste Plausibilität zu gewinnen und alle in eine kollektive Trance zu zu verfangen wenn das erstmal etabliert ist und vielleicht in Unternehmen sich viele Jahre gewohnheitsmäßig immer in gleicher Weise etabliert hat halten alle das für die objektive Wirklichkeit obwohl es nur eine gewohnheitsmäßige kollektive Trance ist und alle Beteiligten tragen dazu bei diese Trance wieder zu errichten wissen aber nicht dass sie es tun und wie sie es tun und für uns ist wichtig dass wir lernen das zu beobachten wie wir Wirklichkeit kreieren dass wir tun und wie wir tun das erhöht unsere Freiheiten zu wählen welche Wirklichkeit wir hervorbringen wollen und wer Organisationsberatung macht aber in Eheberatung und so das gleiche weiß dass es meist ungeheuer viel schwieriger ist langjährige feste Gewohnheiten wieder aufzulösen als anfänglich dafür zu sorgen dass überhaupt erst gleich sich eine vernünftige Art der Wirklichkeits Entfaltung etabliert weil man dann darauf zugreifen kann und was ich immer mache ist dass ich mit einem Klienten zuvor ein Arbeitsbündnis auf einer Metaebene mache erst wenn wir uns als Lerngemeinschaft etabliert haben wenden wir uns dem Thema zu weil in dem Thema kann man sich leicht dann verfangen in was und dann ist gut das und das kann dann auch konfliktär werden weil wir beginnen dann die Rollen dieses Dramas über das berichtet wird zu spielen und innerhalb dessen ist eine Lernverständigung oft relativ schwieriger wenn ich aber bereits ein Lernbündnis etabliert habe lass uns mal darüber reden was wir wissen also es verändert auch die Kontraktbildung und den seelischen Kontrakt für die den Rahmen der Zusammenarbeit bildet da gibt es also Heinz und Förster würden sagen es gibt keine instruktive Beeinflussung also es gibt keine Möglichkeit das vollständig zu beschreiben oder instrumentell zu beeinflussen sondern allein dass wir alle wissen dass das so ist gibt uns ein anderes Verständnis dass wir Kulturstätten brauchen wo auf den verschiedenen Ebenen in abarbeitbarer Form immer wieder Beobachtungen zusammengetragen werden um zusammen zu studieren was da wohl passiert aber es kann keine einzelne Instanz so einen komplexen Prozess beschreiben aber wisst ihr es wird manchmal von Leuten die es gern instrumentell hätten als zu kompliziert angesehen aber so ein Gehirn ist kompliziert es gibt 100 Milliarden Gehirnzellen die genauso zusammen schaffen also da ist jeder Konzern und Weißen Knabe dagegen und trotzdem kann so ein Gehirn harmonisch funktionieren aber es hat etwas mit einer Kultur der Abstimmung und der Klärung und der geordneten Resonanzbildung über alle Instanzen und Gehirnteile über alle beteiligten Personen und Unternehmensteile hinweg zu tun aber man muss dafür die Instrumente schaffen hier haben die sich irgendwie in unserem Gehirn geschaffen wir wissen nicht wie das geschieht um ein kulturelles Gehirn zu schulen brauchen wir eine Didaktik wir brauchen eine Lernkultur die geeignete Formen anbietet dass dieses Gehirn sich selbst begreifen kann da kommen wir dann nachher noch dazu bei unserem Begriff System lernen aber wir müssen dann die Illusion aufgeben irgendjemand könnte so komplexe Mechanismen überhaupt zutreffend oder vollständig oder plausibel beschreiben wir wissen es oft einfach gar nicht trotzdem müssen wir eine Ordnung herstellen und dazu brauchen wir Klärung des Beobachterstandpunkts klären der Rollen klären der Kontexte und so weiter sodass das überhaupt didaktisiert werden kann wenn wir alles irgendwie betrachten wollen dann verlieren wir uns völlig in dem Knäuel das soll auch noch mal darauf hinweisen dass wir ja auch gar keine geklärten Vorstellungen davon haben was sich eigentlich begegnet wenn sich Wirklichkeiten begegnet wenn sich Menschen begegnet wenn ich sage da begegnet sich verhalten und wenn das nicht gut läuft brauche ich dann brauche ich dann Verhaltenstherapeut ist klar aber wir alle haben zum Beispiel die Erfahrung dass selbst wenn sich jemand nicht richtig klar oder gut verhält wenn man eine Haltung spürt die man bejaht und zu der man komplementär Haltung entwickelt dann werden die Mängel in der Verhaltenssteuerung die gleicht man dann ganz gut aus also begegnen sich dann in erster Linie Haltungen und das Verhalten ist sozusagen das technische Betriebssystem also wenn ich denke es sind die Haltungen dann brauche ich jemand der mit den Menschen über ihre Haltung arbeitet und nicht den Verhaltenstherapeuten es kann aber auch sein dass ich sage wenn sich zwei Menschen begegnen begegnen sie auch einfach persönliche Kulturen und Mythologien die ihre wesentlichen Beweggründe transportieren und wenn sich da Schneewittchen und Zwergnase treffen dann kann es sein dass es eine interessante mythologische Gemeinschaftsproduktion gibt aber es ist manchmal wichtig dass ich weiß welchem Mythos eigentlich jemand folgt was sind die essentiellen Themen die einen Menschen bewegt sonst kann ich nicht verstehen wie er sich letztlich entscheidet in wesentlichen Fragen zum Beispiel Unternehmensgründung oder Unternehmensentwicklung gemeinsam oder Praxisgründung oder eine Ausbildung anfangen also diese persönlichen Mythen und da habe ich ich habe ja einiges in dem Büchlein das ich gekriegt habe in dem ersten Teil in dieser Rede als ich diesen Life Achievement der Bildungsbranche gekriegt habe da habe ich diese Rede wie ich mir Seele vorstelle und die Arbeit mit inneren Bildern und diese Sachen da steht da einiges drin davon also ist hochinteressant den das heißt man muss verstehen dass egal was ich mit anderen Menschen zusammen in Szene setze es muss der Zirkusdirektor in mir daran Freude haben ein anderes mythologisches Bild ist bei mir der Moses und da kann ich viel meiner beruflichen Entwicklung kann ich in dieser Mythologie beschreiben Moses der gedacht hat auf ins gelobte Land Leute folgt mir die Ägypter beuten euch bloß aus auch wenn ihr hier an den Töpfen mit Fleisch bei denen kriegt aber ihr seid unfrei in der Annahme wenn ihnen das klar wird fällt es irgendwie Schuppen von den Augen und sie folgen mir auch durch die Wüste um das gelobte Land ein Sinnbild für das was wir sein könnten zu folgen und Moses stürmt los und merkt nach 50 Kilometer dass keiner mitgegangen ist weil die die Fleischtöpfe doch interessanter waren oder weil sie so ungemütlich gar nicht fahnden und dann ist er sehr herrisch und böse geworden also ich kann viel zum Beispiel mit meinem Verhältnis zur TA Gesellschaft in meinem Bild der Lebensentwicklung von Moses wieder finden und entsprechend irgendwann habe ich entschieden also erstens ich bin erfolgreicher als Moses irgendwann kommen wir an und nicht so viele Irrungen und Grausamkeiten unterwegs aber noch wichtiger war mir und dann wenn es rüber geht ins gelobte Land gehe ich mit im Unterschied zu Moses und das ist mir gelungen also mein Institut die Stiftung all das wir sind eigentlich übergesetzt in ein von anderen betreutes gelobtes Land aber ich bin nicht zurückgeblieben auf dem Berg sondern ich darf mit und bin mit dabei also das sind jetzt natürlich narrative Konstrukte mit denen ich erzähle was mir im Leben wichtig ist aber manchmal ist es wichtig wenn es um existenzielle Beiträge zum schaffen von Wirklichkeit gibt dass ich weiß was für mythologische Hintergrund Geschichten erzählen davon was ein Menschen wenn es wirklich wichtig ist welche weichen weichen stellen machen lässt waren die die schlussendlich im gelobten Land sind nicht die die du dachtest dass sie hätten mitkommen sollen ich musste zurück und musste nach und nach überzeugen und ein paar Wunder machen wie die Quelle deswegen muss muss man als Referent muss man auch lernen so ein bisschen das Wunderbedürfnis der Menschen anzusprechen und da gibt es die Geschichte mit dem goldenen kalb wir könnten uns da sehr lange dran aufhalten dann gibt es auch der Moses hat ja einen Bruder der Didaktiker ist der sagt du musst verstehen dass die Leute ein goldenes kalb brauchen die können nicht von diesen Visionen die nicht umgehen du musst ihnen was liefern was sie anbeten können die brauchen das als Übergang aber der Moses war da sehr gewalttätig als er zurückkam ist er ein Massenmörder geworden hat ja alle meucheln lassen die sozusagen den Rückfall in die alten didaktischen Bedürfnisse hatten deswegen bin ich so nett zu Leuten nach wie vor die mit dem was ich zu erzählen habe nicht viel anfangen können weil ich weiß die brauchen eine Zwischenstufe an der sie sich festhalten können weil sie sonst nicht den Mut haben aufzubrechen zu dem was eigentlich hinter dem ist woran sie sich festhalten können also der Konflikt zwischen Moses und Aro den versuche ich didaktisch zu lösen bei unserem Institut also ihr merkt es da wird es dann auch lebendig und ich merke auch in euren Gesicht das ist eine Sprache in der man ganz viel verstehen kann was einen Menschen treibt und was seine Kultur ausmacht und ob man sich dazu in Beziehung setzen mag oder nicht also Beziehung ist begegnen sich Mythen und jetzt habe ich sie vordergründig gemacht aber ich habe das Gefühl ich würde mal vermuten dass von vielen es ging sofort ein Grinsen durch manche dass sie sagen er hat bisher nicht gesagt aber es stimmt genau ich habe es gewusst das heißt ihr habt hintergründig meine Mythologien wahrgenommen habt aber keine Sprache dafür gehabt und als ich euch die Sprache geboren habe hat sich eurer intuitiver hintergründiger Eindruck weil wenn er passt sofort mit dieser Sprachfigur verbunden und das ist natürlich ein großartiges Kommunikations Instrument für Teamentwicklung für Unternehmensentwicklung für Familienentwicklung dass man und dafür haben wir arbeiten wir viel mit geleiteten Fantasien und Arbeit mit inneren Hintergrundsbildern damit ein seelischer mythologischer Kontrakt zwischen den Menschen zustande kommt weil wenn es nicht ein zueinander passendes System der Hintergrundsdämonen kommt dann ist wirklich schwierige Kulturentwicklung zusammen nicht zu stemmen und und Frankreich hat ja zur Zeit einigt sich in einer neuen Mythologie und das entwickelt ja eine unglaubliche Kraft wie bei die direkt muss man da mal sehen aber ohne Glauben dieser Art also Orientierung einer mythologischen Berufung ist das Leben erstens oberflächlich und zweitens sind nicht wirklich große Kraftfelder aufzubauen höchstens Profit zu machen gut und das sind jetzt die persönlichen Mythologien da kann man fragen wie hat es mit deiner Biografie zu tun aber man kann auch in die nächste und übernächste Generation gehen in deiner Familie war das schon immer zum Beispiel der der ehrbare Kaufmann das ist eine mythologische Figur die schon seit Generationen ein Familienthema ausmacht oder dann kamen ja das sind ja siebschaften zusammen und milieus zusammen wenn eine Vertreibung die da einbricht und der Mythologie eine ganz andere Wendung gibt dass man sich fragt was sind die mythologischen Wurzeln und was sind die großen Erzählungen in denen ich heute viel von meinem Selbstverständnis und meiner Lebensentwicklung gespiegelt sehe und darüber untereinander zu sprechen schafft ungeheure Kraft im Hintergrund sich aneinander anzuschließen und dann plötzlich werden Dinge die vorher nicht zu regeln waren auf der methodisch inhaltlichen Ebene die lösen sich manchmal in kürzester Zeit weil jetzt der seelische Kontrakt da ist und wie wir das nennen deswegen ist uns immer wichtig nie nur einen juristischen Kontrakt dort zu machen wo es um gemeinsame Kulturentwicklung geht sondern immer zu sehen stimmt der seelische Kontrakt und damit der stimmt geben und nehmen Erwartungen all das muss natürlich jeder aussagefähig sein die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht mit in welcher Mythologie sie unterwegs sind deswegen können sie mit dem anderen auch gar nicht also unbewusst schon irgendwie aber sie können eigentlich nicht relativ gut geläutert mit dem anderen einen Interessens Ausgleich und Abklärung machen ob sie wirklich gemeinsam so auf den Weg gehen sollten und was voneinander zu erwarten ist und was nicht voneinander zu erwarten ist da sind dann unheimlich viele Illusionen im Spiel die dann zu Enttäuschungen führen und die kann ich dann wieder als Störungen therapieren aber aber das ist nur der Trostpreis viel wichtiger ist dass ich schon beim entstehen von gemeinsamer Kultur möglichst viel in die Kommunikation und Vereinbarung Gemeinschaftsbildung von solchen Gesichtspunkten mit einbeziehe zumindest hintergründig wenn ich merke es läuft sonst schief auch wenn der vordergründige Aspekt nicht der Gegenstand ist wir wollen ein Geschäft zusammen machen wir wollen ein Unternehmen erfolgreich zusammen machen wir wollen eine Weiterbildungsgruppe am Markt platzieren das ist schon das worum es geht es geht nicht darum hauptsächlich also der Zweck der Organisation ist nicht hauptsächlich uns in unseren Kulturen zu spiegeln aber wenn wir das nicht tun kann sein dass im Hintergrund Kräfte wirken die etwas mit dem Nicht sich abgleichen und zusammenfinden von mythologischen Kräften zu tun hat und deswegen können wir uns an der Oberfläche abarbeiten so viel wir wollen es kann alles richtig sein bestenfalls ist es anstrengend aber wir wollen ja nicht nur angestrengt sein wir wollen ja dass es fließt der Flow und dazu brauchen wir die Hintergrundkräfte das können wir im Vordergrund allein nicht machen ja das ist so das ist jetzt wieder so eine verdingliche beschreibung mythensteuern gar nichts sondern es gibt irgendetwas was uns offenbar mitsteuert und wir versuchen das zu verstehen und wir verwenden mythologische bilder um uns selbst das verständlich zu machen und miteinander darüber kommunizieren zu können aber es gibt keine mythen die irgendwas steuern das sind keine dinger das sind beleuchtungen also und am ende wissen wir nicht ob es so was gibt aber wenn es uns hilft uns so zu verständigen dass wir sichtlich besser zueinander kommen als ohne das dann hat es programmatisch höchsten nützlichkeitswert bei religion ist das auch nicht anders das stimmen ja auch alle nicht und in dem zusammenhang ich wollte das nur nochmal weil ich vorher habe ich das dialog modell der kommunikation bei persönlichkeit perspektive abgehandelt da geht es darum bin ich mit mir selbst in kommunikation dass ich möglichst viel von dem mitkriege wenn da was am mit steuern ist was ich beachten sollte damit es gut weiter geht und jetzt das gleiche modell wird es darauf angewendet wenn wir uns untereinander verständigen haben wir genügend berücksichtigt dass wir relativ sorglos auf der inhaltlich methodischen ebene die dinge voranbringen können weil es kulturell ohne vielleicht dass wir wissen dass es geschieht und wie es geschieht ganz gut gestützt und unterlegt ist und wird wenn wir aber merken da gibt es im Hintergrund eine kulturelle störung dass wir dann sensibel dafür sind dass es jeder bei sich die anzeichen dafür bemerkt oder beim anderen die anzeichen dafür bemerkt und dass wir eine vielschichtige kommunikation dass wir die wahl haben über uns solcher verständigung anzunähern weil wir sonst möglicherweise diese kräfte nicht integrieren kriegen können und dann werden das ist das jungsche weltbild was irgendwie essentiell ist aber fehlgelagert wird zunehmend subversiv das ganze bestimmen das heißt wir müssen diese dinge alle die störer müssen irgendwie integriert werden und wenn ich mich nur gegen Störer verwahre dann dominiert das mit der Zeit die gesamte Kultur dazu brauche ich jetzt im Moment ich habe jetzt ja schon viele Metabetrachtung eingestreut die brauche ich jetzt im Moment nicht weiter einstreuen was euch aber vielleicht jetzt plausibel geworden ist das gilt nicht nur für Theater das gilt für alle professionellen dass wir keine konventionellen Perspektiven Wahl vornehmen dass wir nicht also der Unterschied zwischen Metaprofessionalität und Handwerk ist die ich gehe irgendwo hin und lerne Schemata wie was abzuarbeiten ist und dann arbeite ich mit den Schemata ab und das war es dann und wenn Dinge dann nicht in das Schema passen dann mache ich sie passend oder ich kann halt nichts tun und wir nennen das Metaprofessionalität dass wir verstehen lernen uns mit der Sache auseinander zu setzen und die Schemata und möglichst Schemata sozusagen schon benutzen probeweise wenn ich das benutze kann gibt mir das was aber wenn es nicht passt gerade wieder loslassen und nicht mich verfangen dass die Wirklichkeit in die Schema da gepackt und dann habe ich eine Wirklichkeit die kriege ich mit keinem mir leicht zugänglichen Schema sinnvoll beleuchtet deswegen brauche ich so Gespräche wie gestern dass ich sage wir haben jetzt folgende Beobachtung wir probieren rum wir experimentieren verantwortlich gemeinsam und dann irgendwann poppt vielleicht plötzlich eine Erklärung auf die uns verständlich macht wie wir das beschreiben können was da passiert ob die richtig ist weiß ich nicht aber wenn es eine Erklärung ist die uns hilft die Sache weiter zu entwickeln ist es auf jeden Fall eine nützliche Erklärung und dass wir einfach wissen dass wir Perspektiven einnehmen und die nicht einfach nur gewohnheitsmäßig einnehmen und dass auch Schulen ihre Ausbildungskandidaten nicht darin trainieren die Vielfalt der möglichen Perspektiven zu ignorieren und stattdessen nur einen bestimmten Kanon abzuarbeiten sonst geht es euch so wie den Delfin wie von John Lilly weiß nicht ob jemand noch John Lilly gehört in den 70er Jahre Wissenschaftler und LSD Freak und der war in der Delfinforschung und die haben den Delfinen beigebracht bestimmte Kunststücke zu machen wer mal so eine Show gesehen hat das ist wirklich beeindruckend und wollten als Kriterium wie intelligent Delfine sind haben sie gewählt gehabt was für Kunststücke wie komplizierte Kunststücke können die denn hinkriegen was können die überhaupt lernen und irgendwann war ich ziemlich zugedröhnt mit LSD saß er mal da und guckte mal wieder auf sein Delfinbecken und dann traf ihn eine blitzartige Erkenntnis und er hat alle Delfine freigelassen weil er gesagt hat wir messen nicht Intelligenz wir messen lediglich die Fähigkeit dieser Tiere Dinge zu tun die für ihre Lebensart völlig unsinnig sind aus völlig verfremdeten Motivationen heraus das hat mit Intelligenz nichts zu tun wir bringen den Schema dabei die eigentlich sinnlos sind an die sie sich aber gewöhnen und in dem Sinne wünsche ich uns alle dass wir die Logik der TA-Konzepte verstehen aber jederzeit frei sind damit zu machen was immer wir mögen und wenn das was wir erleben und das was unser Konzept uns sagt womit wir es zu tun haben nicht zusammenpassen müssen wir im Zweifel erst mal das Konzept weglegen und gucken gibt es andere Konzepte die das besser erklären und wenn keines wirkliches plausibel erklärt müssen wir sagen wir haben dafür kein Konzept aber wir wollen anerkennen dass wir das studieren müssen zusammen und dann kann jeder aus den vielen Konzepten und Methoden die er kennt Bausteine nehmen und daraus können wir vielleicht was Neues bauen und diese Freiheit immer wieder neu kreativ zu werden die halte ich für unbedingt wichtig als Metaprofessionell und zukunftsfähig und da ist eine alte Diskussion das ist die zwischen Moses und Aaron wie geht man da dran bringt man den Leuten erst die klassische DA bei weil die übersichtlich ist und plausibel und für bestimmte Lebensbereiche gültig und dann können sie auch schon mal was tun und nachher bohrt man es auf oder sagt man den Weg den ich eher gegangen bin ich war der eher Moses ich sage nein lass die Leute gar nicht erst zu viel Plausibilität in den Schemata erleben weil sonst glauben sie das wäre die einzig richtige Wirklichkeit und packen künftig alles in diese Schemata und deswegen das ist der Moses Teil und da hat der Aaron dann wieder auch gesagt du überforderst die Leute nicht jeder hat diese abstrakte Kompetenz der Selbststeuerung die du hast die Leute brauchen etwas Handhabbares aber natürlich ist dann wichtig dass sie kapieren dass das Stück Gold in diesem Kalb nicht das ist was sie meinen obwohl sie das anbeten sondern eine Gottheit dahinter die wir noch am suchen sind und zu viele bleiben natürlich an dem Stück Gold hängen und da hat der Moses recht aber zu viele wenn man ihnen das nicht erlaubt sind völlig orientierungslos da hat der Aaron recht und das ist eine Spannung die ich nicht auflösen kann sondern das eine die wir immer wieder in unseren didaktischen Überlegungen versuchen müssen neu in ein Gleichgewicht zu bringen ihr seht so eine Hintergrundsmythologie ist ganz nützlich man kann also Moses und Aaron inkarnieren sich in unseren didaktischen Überlegungen zu Curricula und damit wäre ich mit dem Kommunikations und Begegnungsteil erstmal durch und das passt super weil wir jetzt die anderthalb Stunden haben habe ich euch sehr erschöpft damit also am Anfang habe ich gemerkt wir wurden einige müde aber jetzt im zweiten Teil ist wieder Wind aufgekommen und die Segel haben sich ein bisschen besser gebläht hier ist gerade so eine Idee durch den Kopf das ist teilweise auch so gesellschaftliche Faktum oder ich merke einfach dass viele gut fachkompetent sind aber viele Defizite in der sozial oder Selbstkompetenz haben und wenn ich das jetzt höre dann habe ich mir überlegt wie ist unser Bildungssystem im Moment ob jetzt Deutschland oder Schweiz oder Österreich ist egal und ich sehe das einfach dass sehr viel eher auf das Fachwissen sich konzentrieren und klar sie müssen den Stoff vermitteln und so weiter aber ich merke diese Lücken und dann denke ich mir ist das auch eine gesellschaftliche Entwicklung die eigentlich anstehen sollte oder zu irgendwie also wir arbeiten dann immer miteinander dass sie ihre Perspektiven auch machen können also unser Bildungssystem ist in einer großen Krise und es werden sehr sehr viele Chancen verpasst Deutschland könnte der Bildungsexport die Bildungsexport Nation sein da laufen uns immer noch die Engländer und Amerikaner den Rang obwohl die in vielem viel schlechtere Konzepte haben aber Deutschland ist in vielem auch ein Bildungsnotstandsgebiet und hat sich völlig verrannt in falsche Entwicklungen das braucht aber sehr viel Zeit ich war ja lange Zeit der Hochschulrat Pädagogischen Hochschule in Heidelberg ich habe obwohl das eigentlich eine Hochschule ist die für Bildung da ist festgestellt dass die ganze Institution derartig verkastet ist in Gewohnheitsstrukturen und politischen Ränkespielungen und Fehlkonstruktionen finanzieller Art strukturell dass sie fast nicht reformierbar ist selbst der Hochschulrat war eigentlich eine relativ mächtige Instanz und ich habe ja über Hochschuldidaktik promoviert und in den ganzen Jahrzehnten habe ich immer wieder Anläufe gemacht das was wir an Bildungskultur am Institut entwickelt haben den öffentlichen Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung zu stellen wir investieren noch unser Geld auch von der Stiftung darin das so aufzubereiten dass es dort nur genommen werden muss also bisher ist es nur gelungen wirklich am ISB eine Alternative aufzubauen die das verwirklicht als Beispiel wie ich mir das vorgestellt habe da ist immer noch viel zu tun aber wir sind auf einem sehr guten Weg und wir versuchen und dazu dient zum Beispiel auch dieses Seminar jetzt möglichst viel als Erbschaft leicht nehmbar zu hinterlegen dass wenn Menschen und Institutionen so weit sind dass sie es nehmen wollen dass es dann gut aufbereitet ist dass da nicht noch die zusätzliche Schwierigkeit ist dass sie es ganz schwer übernehmen können aber man muss da in Jahrzehnten denken also da muss ich sagen da ist gut dass du irgendein Business hast das dir jeden Tag Freude macht weil wenn du von dem Fortschritt abhängig bist dann bist du verloren jetzt machen wir die Pause wir machen dann weiter würde ich sagen 10.30 Uhr dass ihr jetzt ein bisschen Ruhe habt für die die schon da sind zur Belohnung wieder eine kleine Story die ist von meinem TA-Lehrer diese Story ist von meinem TA-Lehrer Mike Braun ein junger tugendhafter Mann kommt zu einem Schwertkampf Meister sagt Meister ich will alles geben um bei dir zu lernen nimmst du mich als deinen Schüler an der guckt ihn an und sagt ja dann sagt er noch eine Frage Meister wie lange dauert sowas Meister schaut ihn an und sagt sieben Jahre noch eine Frage Meister wenn ich mich ganz arg anstrenge wie lange dauert es dann Meister schaut ihn an 10 bis 12 Gibt es zum vorigen noch eine Nachfrage was wir vergessen jetzt doch haben die Synchronicität ich wurde noch mal nachgefragt ich habe gesagt bei Resonanz sage ich noch was über Synchronicität also wenn euch das Stichwort interessiert studiert das ein bisschen gibt ein sehr schönes Video von Hartmut Rosa über Resonanz und ich habe das ja in dieser Gehirnmetapher schon mal gesagt es geht davon aus dass wir studieren dass wenn etwas in Schwingung gerät in anderen Wirklichkeitssphären das kann auf anderen Bühnen im Berufsfeld in Organisationen sein aber Robert Sheldrake würde auch sagen bei anderen Menschen in anderen Zeiten sein dann gerät dort ein Feld in Schwingung wo ähnliche Erfahrungen gemacht werden Zuständigkeiten da sind und sich versammelt haben und das bildet zusammen ein Resonanz Feld über ganz viele Wirklichkeitsebenen das heißt ich bin umso kompetenter und wirksamer je mehr ich selbst konsistente und kraftvolle Resonanzen erzeugen kann die in anderen Feldern die für die Essenzen dessen empfänglich sind auch Resonanzen erzeugen aber ich muss im Organisation Bereich zum Beispiel auch lernen die die Gegebenheiten dort zu berücksichtigen dass essentielle Schwingungen dort auch entstehen können also die Medien dieser Resonanz Schwingungen sind da oft andere als in meiner privaten Psyche zum Beispiel und deswegen sollte ich also mir es nicht so bequem machen zu sagen wenn ich nur mit mir selbst im Reinen bin dann erzeugt das Resonanz genug dann wird auch sicher Monsanto demnächst mit sich in Reinen sein weil ich mache eine richtig starke Eingabe ins globale Resonanzfeld Nein da müssen wir verstehen wie durchaus ähnliche also essenzähnliche Resonanzen wie die woanders aussehen und durch was die in Bewegung gehalten werden können beziehungsweise wodurch die gedämpft werden und wie man sie freisetzen könnte und als Schmankel nebenher Robert Scheldrecht geht ja davon aus dass unser Gehirn gar nicht der Speicher ist für Erinnerungen sondern dass es einen Speicher außerhalb gibt in der heutigen Metapher würde man sagen es gibt eine Cloud und dass wenn ich etwas erwerbe wird das statt ins Langzeit Gedächtnis in der Cloud abgelegt und wenn ich mich mit was beschäftige erstreckt sich meine also das Gehirn ist wie ein Sender und ein Empfänger ist kein Speicher kann man glauben oder nicht aber er ist wirklich sehr sorgfältig begründet hört euch mal Vorträge von Robert Scheldrecht an mit der damit verbundenen Wissenschaftskritik die Metapher finde ich aber schön weil wenn ich mich mit einer Sache auseinandersetze dann lock ich mich ein in die entsprechenden Teile dieser morphogenetischen Felder in der von anderen Menschen Erfahrungen abgelegt sind und kann mir die ziehen ich erkenne die aber oft nicht als die von anderen sondern denke das muss irgendwo wenn ich es überhaupt erkenne was es ist es muss in meiner eigenen Psyche oder Biografie und mit hoch komfort vorgeburtlich oder über letzten drei Generationen gelagert sein diese Resonanztheorie geht aber davon aus nein es kann auch sein dass ich sowohl dort Dinge ablege als auch auf Dinge zugreife die etwas mit Ähnlichkeitsrelationen zu tun haben zusammen macht das Sinn ich finde es sehr tröstlich weil dann lohnt es sich auf jeden Fall noch sehr viel zu hinterlassen weil das ja nachher in der Cloud gespeichert ist und die übernächste Generation auch wenn sie mich nicht kennen wenn sie am gleichen Punkt der Auseinandersetzung ist haben sie einen tollen Einfall den sie für ihren halten dürfen sie auch gern aber vielleicht sind sie dann in das Bernschmidt Areal des morphogenetischen Felds geraten und konnten auf dem was ich mich schon abgemüht habe an dem Thema aufbauen ich finde dass es zumindest eine ermutigende Metapher ist ob man das jetzt wissenschaftlich so oder so sieht und Jung hat eben schon über den Begriff der Synchronicität gesagt es gibt es gibt ja unheimlich viele Geschichten wo Dinge die mich mental beschäftigen dann plötzlich draußen passieren also dass es einen Zusammenhang der Storys die erzählt werden im psychischen Raum und im physikalischen Raum gibt obwohl wir in unserem Weltbild ja keine Ursache Wirkungsverknüpfung uns vorstellen können und er sagt ja Ursache Wirkung ist ein Zusammenhangsprinzip das andere Zusammenhangsprinzip ist der Sinn zusammen macht es Sinn und deswegen arbeite ich habe ich zum Teil mit Traumdeutung und so gearbeitet dass ich dass ich gelernt dass ich die Leute dadurch lehre den Sinn einer Sache zu verstehen wovon das erzählt egal ob das in Psyche inszeniert ist oder in der physikalischen Welt inszeniert ist also die symbolische Mythologie der Welt zu befragen damit Dialog zu halten dass zum Beispiel eine Frau die einen bestimmten Fahrradunfall mit einem Hund hatte tatsächlich dass ich mit der so Arbeit angenommen das wäre ein Traum gewesen wovon erzählt das geht natürlich irgendwie davon aus dass es sein könnte dass das was im äußeren sich ereignet hat die Funktion hat mir etwas zu erzählen so wie ein Traum das sich ereignet vielleicht die Funktion hat mir etwas zu erzählen oder umgekehrt vorsichtiger ausgedrückt ich benutze das Geschehen draußen wie drinnen um etwas was ich in mir erzählen will zu kristallisieren und Jung ging davon aus dass es dass dieser Sinnzusammenhang ein genauso gültiger Zusammenhang ist wie der Ursache Wirkungszusammenhang dass aber unsere Kulturgewohnheiten nicht so sind dass wir das so denken obwohl wenn du hier rumfragst jeder hat Erlebnisse die eigentlich davon erzählen dass da Dinge plötzlich zusammenspielen in einer verblüffenden Weise die Ursache wirkungsmäßig überhaupt nichts miteinander zu tun haben können wissen wir noch nicht müssen wir warten was wir erfahren aber wisst ihr wann war es 1970 hat man erst die Hormone entdeckt oder das ist gar nicht sicher auf jeden Fall ist noch nicht lang her oder man hat selbst eine sehr übersichtliche Sache wie den Glutamatrezeptoren im Mund den hat man vor 20 Jahren entdeckt man hat vorher nicht gewusst dass es den gibt da gab es nur süß salzig sauer und so weiter es gibt einen Herrn Popp der davon ausgeht dass es ein Bio Photon Steuerungssystem im Körper gibt dass die Wissenschaft vehement ablehnt genauso wie der deutsche Arzt der gesagt hat dass Blut im Kreis läuft kann gar nicht sein ich kann das nicht beurteilen ich kann die physikalischen Experimente von diesem Schwachlicht nicht machen aber der behauptet dass er ein Käfig Hennenei und ein freilaufendes Ei allein an der Bio-Photonen-Emission der Zellen identifizieren kann also wir müssen damit rechnen dass wir in unserem Verständnis von Zusammenhängen total im Mittelalter sind ich glaube Konrad Lorenz hat mal gesagt das Zwischenglied zwischen Affe und Mensch sind wir aber wie weit sie die eine und andere Richtung ist wissen wir nicht das heißt wir müssen einfach immer davon ausgehen dass wir heute Erklärungen für Dinge liefern die in 30 100 Jahren völlig abstrus wirken die uns aber jetzt helfen uns zu organisieren wir müssen nur die Objektivität dieser Erklärung sein lassen und vielleicht so wie wir jetzt psychophysikalische Zusammenhänge dadurch dass man die nicht die DNA die 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 dna haben sie gedacht das haben sie entschlüsselt und da waren noch jede menge daten müde das haben sie erkannt das ist die software die überhaupt entscheidet wie das ding funktioniert epigenetik und heute kann man ja nachweisen wissenschaftlich nachweisen dass man hat gedacht genetik verändert sich über jahrhunderttausende kann sich nicht schnell verändern heute weiß man dass durch die software die software veränderung durch dramatische erlebnisse von generation zu generation geändert und vererbt werden und das ist revolutionär und wer weiß was wir in zehn jahren entdecken oder in 50 jahren entdecken also wir sollten immer nur davon ausgehen dass die erklärungsschema die wir jetzt haben annäherungen sind deren entscheidender wert ist ob wir was sinnvolles damit tun können oder nicht ihre objektive richtigkeit können wir vergessen und würde mich nicht wundern wenn wir eines tages es ist natürlich problem dass jedes jedes erklärungssystem zieht natürlich auch sektiere auf sich die dann nur noch alles nur noch damit erklären wollen und das diskreditiert systeme die nicht in den mainstream passen obwohl sie vielleicht trotzdem was richtiges haben aber man müsste es seriös studieren und dafür plädiert robert shell drake also zum beispiel macht der forschung warum ein hund der ganzen tag auf dem sofa liegt dann wenn sein herrchen bei der arbeit aufbricht 20 kilometer weiter das sofa verlässt und schon mal zur tür geht wie man sich das vorstellen kann wie da der zusammenhang ist und solche sachen macht er gut gut also das war jetzt nochmal synchronizität geht auf jeden fall es ist auf jeden fall für uns zur sinnbildung interessant dass wir sagen die sache habe nicht einen sinn das ist keine eigenschaft der dinge sondern wir wir lernen eine sinnvolle story zu erzählen die uns selbstverständliches gehalt gibt und die uns hilft uns als menschen auszurichten das ist die funktion von sinn nicht dass er objektiv richtig ist und von daher stört es auch nicht dass wenn ein glauben der objektiv sicher auch nicht plausibel ist für andere der ist trotzdem nicht falsch weil er nämlich menschen ausrichtet und die frage gibt es mehrere leben und werde ich wiedergeboren und so ich sage mal meinetwegen ich glaube nicht dran aber ich will darüber nicht diskutieren ich beurteile ob derjenige der an mehrere leben glaubt ich das gefühl habe dass er damit sich und die welt mehr weiterbringt als wenn er nicht dran glaubt nur daran entscheide ich ob das ein sinnvoller glaube ist oder nicht so jetzt kommen wir zu einem großen kapitel aber wir haben auch noch Zeit das klingt gut in der Zeit nämlich Wirklichkeitsgemeinschaften ich habe da jetzt sozusagen Shared Reality ist langsam in mir eine neue Großüberschrift gewachsen und das hat damit zu tun dass ich den Eindruck habe wir leben in einer zentrifugalen Zeit es dreht sich alles viel schneller und die Dinge zu fallen immer mehr in Teil Dinge die ihrerseits schon so kompliziert werden und kein Mensch weiß wie man das eigentlich wieder zusammenbringen soll und jeder und die meisten Menschen zumindest die die mitspielen in dem schnellen Spiel haben das Problem zentripedale Kräfte für sich selbst dagegen zu setzen sich zu zentrieren und sowas wie eine Mitte zu finden aus der heraus sie nicht in alle Winde zerstreut werden in dieser zentrifugalen Dynamik der Welt und dass sie obwohl sie vielleicht in einer sehr schnelllebigen Organisation arbeiten die trotzdem eine organisierte und nicht eine defragmentierende Dynamik lebt und dazu braucht es Menschen die ihre Kompetenz in Kommunikation dafür einsetzen dass die Dinge fokussiert werden also der Komplexität auf gute Weise etwas entgegen zu setzen nämlich Standpunkt Perspektive Perspektive Leistbarkeit menschliches Maß und da bin ich auch besorgt für über viele Berufsstände die sich irgendeine Teilperspektive auf den vielen Perspektiven die wir brauchen um die Dinge integrieren zu können irgendeine Teilperspektive herausgreifen das zum Alleinseeligmachenden erklären und versuchen damit möglichst viel Reputation und Markt zu machen und den armen Kunden der auf diese Weise sektiererisch mit einem sicher interessanten aber für ihn vielleicht nicht so wichtigen Wirklichkeitsgut beschenkt wird damit alleine lassen wie er das jetzt zusammen kriegt ein Unternehmer zum Beispiel wie er mit diesen tollen Ideen dass man Seminare bei der jeder zu sich finden kann und dass dann wenn jeder zu sich findet sind es auch zentriertere Mitarbeiter und zentriertere Mitarbeiter werden sicher auch besser funktionieren im Betrieb und dann wird denkt man sich dann irgendeine Rechnung aus wie sich das auch in erhöhtem Finanzgewinnen zeigen könnte damit der in seinem System versteht dass man das vielleicht haben will und der Gerald Hüther den kennen vielleicht einige nennen sich Hirnforscher ist ja hauptsächlich Vortragsredner und Visionär der ich hab mal mit ihm telefoniert und der hat gerade ein Buch geschrieben und hat gesagt was würdest du sagen was ist die große Herausforderung des neuen Zeitalters und ich hab spontan gesagt die Verantwortung für Integration und das kam spontan aus mir heraus vielleicht schneller Zugriff auf das morphogenetische Vielfeld ich weiß nicht was was für ein Astoteles oder sonst wie in diesen Datei geraten bin deswegen war das gleich da war gar nicht so falsch und da ist was dran weil wir alle die ganze Welt ist ja dadurch dass sie arbeitsteilig und mittelsteilig und hoch spezialisiert wird gibt es immer mehr Menschen die in Spezialdisziplinen ganz viel wissen die ganze Energie dort verbrauchen aber auch alle Aufmerksamkeit dafür wollen und es gibt relativ wenige Disziplinen die sich dafür verantwortlich fühlen das in ein bewältigbares integriertes ganzes zurückzuführen und deswegen habe ich den Anspruch an professionelle Machtkonzepte entwickelt Schulen und Methoden die integrierbar sind in andere Perspektiven die euch gemeinschafts wirklichkeits fähig machen und nicht sektiererisch und ihr holt die Leute raus aus ihren Zusammenhängen indoktriniert die jetzt ein bisschen polemisch gesprochen dann sind die total begeistert weil es ist ja was wichtig was ihr am Zipfel habt und dann schickt ihr die zurück und die wissen nicht wie integrieren und entweder entsteht dann eine zunehmende Passungsproblematik mit der sonstigen Welt oder sie verlieren das Ganze und aus Enthusiasten werden Zyniker weil sie und damit wird oft seelischer Gutwill zerstört indem es in einem Strohfeuer abgebrannt wird und wir alle haben die Verantwortung dieses Feuer in Lagerfeuer oder Öfen einzubringen die langfristig gepflegt werden können an denen gekocht werden kann die gegen die wilden Tiere gut sind die mit Nachschubholz versorgt werden können und an denen ganz viel Gemeinschaft stattfindet und das gehört für mich zur professionellen Verantwortung dazu dass ich als Gütekriterium immer die die Alltagstauglichkeit und Integrierbarkeit aller Konzepte und aller Qualifizierungsbemühungen propagiere und im Coaching-Bereich ist das ganz gut ich habe den Slogan geprägt Coaches sind Zehnkämpfer die müssen also die können nicht einen Aspekt rausnehmen und maximieren das machen manche also IT-Coaches Finanzcoaches Psycho-Coaches die halt Teilaspekte versorgen aber jemand der umfassenden Organisationscoach sein will der muss eigentlich alle Belange die von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin integriert gelebt und verantwortet werden müssen auf die muss er sich beziehen und wenn er nur Teilaspekte aufbläht ist er eigentlich jemand der das Gegenüber schädigt auch wenn er auf begeisternde Weise das hat eine ganze Menge Folgen und natürlich kann niemand von uns in allen Disziplinen fit sein sonst wäre er selbst Unternehmerin aber wir müssen uns klar machen was integrierte Gesamtverantwortung für unsere Gegenüber heißt und dann sehr wohl überlegen was können wir an Ressourcenverbrauch und Aufmerksamkeit verantworten dass in dieser komplexen Verantwortungsstruktur in der die stecken es zumutbar ist dass sie eine Dienstleistung von uns annehmen weil sie wirklich bestmöglich aufbereitet ist das hat eine ganze Menge Folgen zum Beispiel für Konzeptentwicklung für Produktentwicklung welche das tolle esoterische oder exotische Konzepte mit denen man ein super Event machen kann überlegen muss ob man das verwenden darf etwa in der Bildungsstrategie eines Unternehmens weil die Differenz die kulturelle Differenz zu dem was dort jeden Tag geleistet werden ist so groß dass die Leute das nicht zusammen kriegen und dann mache ich mich eigentlich eines verbrauchs dringend benötigter ressourcen finanzieller seelischer art sonst wie schuldig und das muss ich verantworten und das also da will ich auch einfach ein paar Maßstäbe setzen für das Verständnis von verantwortlichem Beitrag unserer Profession für die Gesellschaft und wir treffen da oft sehr viel Selbstgefälligkeit für die es im Moment einen guten Markt gibt deswegen verstehen die Leute gar nicht was mein Problem ist aber ethische Fragen sind nicht unbedingt eine Frage was der Markt im Moment beantwortet klar muss jeder leben brut und brut geschäft braucht man und da gibt es verträgliches und unverträglicheres ja also obwohl ich jetzt also wir selbst haben ja in Wiesloch und so also wir leben das auch ist es uns doch erstaunlich gut gelungen wirklich eine verantwortliche Berufsgemeinschaft die auch ganz viele private menschliche Bezogenheit hat also unsere wir haben jahrzehntelange Beziehungen auch zu den Lehrtrainern und Mitarbeitern kennen deren Kinder die kommen dann oft später wieder als Praktikanten zu uns ins Haus und so weiter also ich weiß dass wir auch eine privilegierte Situation haben ich meine nicht dass das jeder so ohne weiteres kann ich habe immer alle Menschen wählen können ob die Passung stimmt oder nicht dadurch war das leistbar dass dort das was von den Voraussetzungen her nicht so passend war doch durch Klärungs und Entwicklungsprozesse handhabbar und gemeinschaftstragend werden konnte aber wenn man sowas gut findet muss man natürlich über viele Gemeinschaftsbildungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen nachdenken was gute Gemeinschaftsbildungen sind und dann kann man nicht ein blindes Hire und Feier nach Skillmode und sonst was machen weil man dadurch natürlich keine tragende Organisationskultur hinkriegt also von daher haben wir eine große Kulturverantwortung finde ich und die hat heute ganz viel mit Integrationsmöglichkeit dessen was wir beizutragen haben zu tun deswegen habe ich jetzt ganze Reihe von Konzepten die man auch hätte unter Kommunikation und woanders unterbringen können unter diesem neuen Großüberschrift Creating Shared Reality gefasst ist das verständlich gut und was ihr da jetzt seht die die Schiffschule kennen die werden dieses Schema wiedererkennen denn da ist die Grundform her nämlich die Discount Hierarchie wie es dort heißt es ging davon aus und daran seht ihr auch die Entwicklung die ich da gemacht hat in den Konzepten die Schiffs ging davon aus ich weiß was real ist und ich habe einen Psychotiker mir gegenüber es hat aber keinen Sinn den dafür zu rügen dass er Verantwortung nicht wahrnimmt weil der lebt vielleicht in einer ganz anderen Wirklichkeit und ich muss das Schritt für Schritt mit ihm aufbauen das heißt ich wenn er da was sieht wo man was tun müsste muss sich erst sicherstellen dass er überhaupt eine Möglichkeit sieht da was zu tun und erst wenn das alles gegeben ist kann ich über die Frage der persönlichen verantwortlichkeit mit ihm reden wenn ich erst gleich über die persönliche verantwortlichkeit mit ihm rede ist das eine nicht von Erfolg gekrönte Intervention Klasse Modell Problem es stammt aus der Schiff aus der Beruf Betreuung psychiatrischer Patienten aus der Schiff Mentalität I know what's good and you have to adapt this makes you sane das ist heute natürlich nicht so unter einigermaßen aufgeklärten Menschen haben wir ja gesagt jeder lebt in seiner Wirklichkeit und die ist von vornherein nicht besser oder schlechter aber trotzdem müssen wir Formen finden dass diese Wirklichkeit zueinander kommt und das ist eigene didaktische und pädagogische Arbeit Gemeinschaftswirklichkeit aufzubauen und dafür kann man dieses Schema verwenden das heißt wir stellen erstmal sicher dass wir uns auf die gleichen Daten beziehen also wenn ich zum Beispiel sage hier machen in meinem Unternehmen einige ihren Job nicht mehr deswegen geht es wahrscheinlich demnächst den Bach runter sage ich ja auf was beziehst du dich dabei die Seminarbuchung sind in letzter Zeit etwas zurück gegangen dann lass uns erstmal klären ob ich das auch so sehe dann sage ich ja stimmt die Seminarbuchung ist etwas zurück gegangen da sind wir auf der untersten Stufe schon mal in der gleichen Welt wir beziehen uns auf die gleichen Fakten und dann frage ich und was siehst du da drin dass die Leute die Nachfrage singen ich sehe das darin dass wir dieses mal so eine ungeschickte Kurs Beginn Staffelung haben dass die Anmeldung einfach später kommen dass das ein saisonaler Effekt ist und nicht bedeutet dass die Nachfrage nachgelassen hat das das bedeuten könnte auf die Idee bin ich gar es kann sein dass unser Konflikt oder unser Dissens in Wirklichkeitsbetrachtung auf diese Weise aufgeklärt ist dass wir das gleiche Faktum anders bewerten und dadurch jeder eine andere Information hat ich habe nämlich die Information normale Saisonschwankung er hat die Information Nachfrage rückgang und wenn wir auf die Weise feststellen da müssen wir uns also erstmal hier eine gleiche Wirklichkeit wieder bringen angenommen ich teile dann mit ihm dass es tatsächlich Nachfragerückgang ist weil ich merke das wiederholt sich aber jetzt so oft dass es vielleicht an dem wie ich bedeute nicht allein liegen kann angenommen da ist ein Nachfragerückgang Womit hängt hängt das zusammen und da werden wir bei der dritten Stufe welche Schlusswirkung ziehe ich daraus und welche Wirkungszusammenhänge sehe womit verknüpfe ich dieses Phänomen mit anderen Phänomen also was beziehe ich alles ein was ich meine muss man in Betracht ziehen um mit dem Phänomen richtig umzugehen und dann komme ich zu dem Schluss im Moment haben wir Konjunkturüberhitzung die Leute haben keine Zeit für Weiterbildung unsere Erfahrung ist in den letzten Jahren war es oft so dass wenn die die Leute entlassen geben sie denen noch als Entlassungsgeschenk eine Weiterbildung bei uns oder wenn Freiberufler wieder Luft haben weil die Aufträge gerade weniger werden werden auch die Anmeldung wieder höher das heißt ich sehe andere Wirkungszusammenhänge während denen ich glaube Psycho ist out und wir sind überaltert von den Lehrtrainern her und wir müssen modernere schickere Designs anbieten also wir beziehen auf ganz andere Welten und Wirkungszusammenhänge und bevor wir uns darüber auseinandersetzen was denn zu tun wäre müssen wir da irgendwie in eine gemeinsame Wirklichkeit kommen weil wir dann von völlig anderen Voraussetzungen her über Verantwortlichkeiten und über Rollen und was zu tun ist reden und dieses Schema bietet praktisch ein didaktisches Raster dass wenn Wirklichkeiten nicht zusammenkommen dass wir gucken auf welcher Ebene sie nicht zusammenkommen und dass wir eine Reihenfolge formulieren können mit der wir klären können wie wir Gemeinschaftswirtlichkeit herstellen können außerordentlich nützliches Schema in dieser Welt gibt es natürlich keinen der Sagen hat was wirklich wirklich das war bei Schiff anders es ist auf Augenhöhe ein Dialogprozess da gibt es auch einen langen Aufsatz dazu wie man damit arbeitet insbesondere wie der Zusammenhang zu symbiotischen Dynamiken ist also das ganze Symbiose Konzept also da kommen wir nachher bei uns läuft das unter dem Begriff Verantwortungsvermeidung dafür kann man das brauchen da komme ich aber erst nachher dazu glaube ich zur Verantwortungsvermeidung wenn wir uns mit Verantwortungsdialogkultur beschäftigen ein anderes Konzept das bei uns große Resonanz findet bei den Teilnehmern ist die Theatermetapher also diese wirklichkeitskonstruktive Perspektive ihr merkt dass ich oft spontan in Theaterbegriffen gesprochen habe die meisten Menschen können wenn in Theaterbegriff gesprochen wird sofort selbst anschließen dass etwas inszeniert wird also kann einer mal spontan sagen schlechtes Drehbuch also da kann der Regisseur noch so gut sein das ist ein lausiger Stoff ja dann kann man sagen ja Strategieplan in dem Unternehmen ist vielleicht wirklich lausig da können die Führungskräfte noch so gut sein ja kann man sofort die Parallele herstellen also und dann sagt man aber das ist nicht das sind nicht Fakten sondern das sind Dimensionen bei der Inszenierung von Wirklichkeit Wirklichkeit ist gemacht und dann kann man dieses ganze Inventar der der Theatersprache die Rollen und Verantwortungsdifferenzierung nutzen um darüber zu sprechen wie gute Inszenierungen aufgebaut werden können also von Tagesregie über Neuinszenierungsregie das kommt später bei Führungen Unterschied zwischen Management und Führung und all so Sachen ich habe es vorher noch nicht erwähnt bei der Persönlichkeitsarbeit aber da gehört das Schema auch hin also habe ich ja gesagt alle Schema gehören eigentlich bei uns in alle Bereiche ich habe es jetzt nur so eingeteilt wenn der Umgang mit inszenierten Wirklichkeiten eines Menschen wenn dazu Spiegelungsprozesse aktiviert werden sollen ist das Schema äußerst nützlich also wir machen Spiegelungsgruppen die sagen was sind eigentlich was sind die Bühnen die ich immer wieder wähle oder auf die ich gerate was sind meine bevorzugten Bühnen da gibt es Menschen die bewegen sich lieber auf Experimentalbühnen ich zum Beispiel da gibt es andere Menschen die inszenieren unterm großen Haus tun es die nicht und da hat man hat auch Affinitäten und Kompetenzen für Arten von Bühnen die einen machen eher ornamentale Bühnen die anderen machen eher karge funktionale Bühnen da kann man das kann man ganz in Richtung von Requisiten Umgang mit Requisiten Umgang mit Licht allem ausbauen weil all das ist ein Erzählstrang bei der Inszenierung von Wirklichkeit alles das sind Mittel über die Wirklichkeit erzeugt wird die Medienleute wissen das genau der der Marco weiß warum er zur Europahymne dort einmarschiert wo nach Polen auch einmarschiert ist der Arbeit sehr bewusst inszenieren die eine Wirklichkeit um ganz bestimmte Bilder bei anderen zu kreieren oder ich kann mich fragen in welche Rollen gerate ich also welche Art von Stücke gerate ich immer wieder und welche Rollen kriege ich dort ab sind es die die ich spielen wollte oder sind es die in die ich dann gerate wer verteilt eigentlich da die Rollen was für eine Art von Storys wird dort eigentlich erzählt ich kann es machen wie ich will ich bin schon im dritten Unternehmen das im Zeitraum von zwei Jahren nachdem ich dort eingetreten bin in Bankrott gelaufen ist okay du scheinst also bevorzugt eine Affinität zu Plotz zu haben wie gehe ich Bankrott gibt es das in anderen Lebensbereichen auch so und welche Rolle spielst du da drin ja ich ehrlich gesagt manchmal habe ich das Gefühl ich habe es vielleicht eigentlich schon gewusst aber ich habe gedacht ich kann sie noch retten ah du spielst gern den Ritter auf den Bühnen und geht es sehr erfolgreich ist das eine gewünschte Rolle arbeiten andere mit dir zusammen und also also man kann man kann dann sofort sagen wenn dir wichtig ist Retter zu spielen klasse solche Leute braucht man aber vielleicht kannst du was dafür tun in Stücken zu spielen in denen die Chance dass das auch ein erfolgreicher Retter werden kann und wie machst du es eigentlich dass du immer die Bankrottspiele wählst anstatt die noch zu retten Spiele also man kann sofort in Spiegelungsdialoge gehen die dem anderen ein Verständnis dafür geben wie ich meine Wirklichkeit inszenieren was dazu Alternativen wäre was passt zu mir was nicht zu mir und wenn es schwierig ist woran liegt es eigentlich da kommen Leute zu uns die sagen ich will jetzt Coach werden ich mag nicht mehr Manager sein die wollen die Rolle wechseln aber wenn ich sehe wie du anfängst zu beraten du managst den anderen total also ich glaube die Rolle magst du und bleib dir du musst die nicht umtrainieren aber vielleicht ist die Bühne die Falsche auf der du diese Rolle spielst oder sind die Stücke die Falschen das heißt der denkt ganz anders darüber nach was in seinem Leben er eigentlich ändern muss damit das alles zu einer guten Inszenierung zusammenkommen soll und das geht alles ohne Psychologie und ohne Biografie und auch jemand der psychologisch nicht fortgebildet ist kann sofort hochwertiges Feedback und Spiegelung dazu geben wenn ich mir vorstelle dass ich bei dir in dem Stück mitspiele da würde ich denken der hat ein großes Maul aber am Ende bringt er doch nichts obwohl ich manche Ideen ganz gut finde würde ich keine Unterstützung leisten damit ich nicht auch noch dumm dastehe und schon entstehen Feedback Prozesse die zum Beispiel verständlich machen dass jemand mit guter Gesinnung und durchaus guten Ansätzen so seine Rolle spielt dass es andere komplementär sich daran nicht anschließen so dass es ein Misserfolgsmodell wird also wir verwenden das ganz viel in der Persönlichkeitsarbeit und dazu braucht man keine klassische Psychologie um sehr relevantes Feedback und Vorschläge was man mal probieren könnte damit Inszenierung besser gelingen zu kriegen wird auch in Unternehmen sofort genommen braucht man auch nicht mal erklären man muss einfach anfangen in dieser Sprache zu sprechen die anderen übernehmen das sofort man muss nicht mal sagen so jetzt machen wir Theater Metapher also ich schließe an ein Kulturgut an das die meisten gut finden und auch in seinen Grundregeln verstehen und sage habt ihr eigentlich einen Regisseur bei dem Theaterstück oder ist das gibt es den gar nicht gibt ein tolles Drehbuch und ihr glaubt nur ein Drehbuch und lauter begabte Schauspieler reicht und so kommt ein Theaterstück zustande also alle Erfahrungen im Theater sagt das je besser die Schauspieler sind je charaktervoller umso besser muss der Regisseur sein und er muss auch wirklich führen dann kann man sich über Führungsstille unterhalten kommen wir nachher noch drauf also eine super Metapher einmal um sich selbst zu begreifen in der Art wie man Wirklichkeit erzeugt in seinem Leben und dann wenn diese Wirklichkeiten zusammenkommen was begegnet sich eigentlich kann man über Dimensionen von Gemeinschaftswirklichkeiten und versuchen Gemeinschaftswirklichkeit herzustellen ich mache vielleicht dazu dieses Chart mal zum Beispiel bei einer Unternehmensfusion können beide Unternehmen überlegen was bringen wir jeweils ein also was sind unsere typischen Storys in unserem Unternehmen was ist das Thema mit dem wir glauben unterwegs zu sein was ist unser Inszenierungsstil auf welchen Bühnen passiert bei uns das entscheidende und bei euch man sagt ja in Frankreich passiert das entscheidende beim Mittagessen also bei dieser Bühne da sind die Deutschen schon mal wieder zurück in Seminarraum gegangen um die nächste Präsentation zu vorbereiten weil sie denken auf der Bühne passiert das entscheidende aber die Franzosen glauben nicht dass da auf der Bühne irgendwas entscheidendes passiert also man muss sich darüber verständigen auf welchen Bühnen passiert überhaupt das entscheidende und das und das ist unterschiedlich in Unternehmens verschiedenen Unternehmenskulturen und das ist unterschiedlich in verschiedenen Persönlichkeitskulturen also auch in der Partnerschaft auf welcher Bühne passiert eigentlich das entscheidende was darüber entscheidet ob wir uns gut verstehen und zusammen weitergehen wollen oder nicht oder was sind die Storys die bei uns vorkommen und gelebt werden müssen damit es für mich noch interessant ist oder wer kommt in welche Rollen und wenn dann zwei die gleiche Rollen wollen und eigentlich jeder will dass der andere in komplementäre Rollen geht weil man sonst das Stück nicht spielen kann gleich und gleich gesellt sich gerne aber in dem Fall wird es eine Wettbewerbsbeziehung da fehlt die Komplementarität muss man sich darüber unterhalten kann man das kann man sich darüber verständigen dass wie die Rollenwechsel stattfinden also heute bin ich der Bestimmer morgen bist du der Bestimmer heute bringe ich das Frühstück ans Bett morgen du oder so oder nicht der eine bringt immer das Frühstück ans Bett der andere ist immer Bestimmer geht auf Dauer vielleicht nicht so gut das heißt die Theater Metapher eignet sich ganz gut um Dimensionen was müssen wir zusammen kriegen und wo geht es am meisten auseinander oder kann es am leichtesten zusammengebracht werden was sind die Brücken um auch die anderen Dinge nach und nach zusammen zu holen als eine Kultur Begegnungs und Annäherungs Strategie und das kann man mit dieser Metapher kann man das einfach wunderbar didaktisch rahmen geht geht es auch also es ist auf jeden Fall eine Aufgabe eine geteilte Kultur herzustellen weil wir sonst nicht zusammen agieren können insbesondere dort wo wir nicht immer am gleichen platz platz sind das heißt wir müssen hand in hand arbeiten obwohl jeder selbstständig an einem anderen Ort ist muss es trotzdem zusammenpassen und je mehr in unseren unternehmen ja auch medial gearbeitet wird umso wichtiger ist dass man eine gemeinsame Kultur hat weil man nicht mehr im gleichen Raum sitzt und aufeinander aufpasst und hört was der andere macht das heißt jeder bezieht sich auf sein Kulturverständnis und arbeitet dadurch integrierend obwohl jeder für sich arbeitet also das heißt die die Entwicklung von einer geteilten Kultur wird für die Steuerbarkeit von Leben und Organisation zunehmend wichtig das heißt wir brauchen es wäre gut wenn wir eine Didaktik entwickeln würden die Menschen und Organisation anleitet sich über ihre über ihre Kultur und wie sie Kulturbegegnung erleben zu unterhalten und wie sie miteinander umgehen wenn sie versuchen kulturell zusammenzukommen auch da haben wir ja viele kolonialistische Beispiele das heißt die Kultur der Kulturbegegnung ist ganz schlecht die meinen wir haben ihr seid die die näher an der Breite gewesen sind deswegen ist unsere Kultur die Leitkultur und wir behalten jetzt alle Leute von uns die wir wichtig finden und dann gibt es noch ein paar Bereiche da könnt ihr eure Leute schicken und den Rest entlassen wir das ist eine kolonialistische Übernahme problematische Kultur der Kulturbegegnung kann auch mal richtig sein ich will gar nicht sagen dass es immer falsch ist aber man muss wissen was man tut wenn man nachher darauf angewiesen ist dass alle die Menschen die da sind sich gewürdigt fühlen und diese Kultur mittragen auch dann wenn sie nicht kontrolliert werden können kann diese Form der Kulturbegegnung für alle Zeiten vielleicht das Feld verwüsten kann nicht mehr repariert werden also Kulturentwicklungsstrategien über die kann man nachdenken und wie da die Zusammenhänge sind und da brauchen wir wieder Psychologie das ist sehr nützlich wenn wir auch ein psychologisches Verständnis haben wie sowas weiter wirkt also ich habe am Metallwerk Plansee bei Reute in Tirol gearbeitet die hatten die Idee die junge Generation tun wir alle ins neue Werk nach oben die werden gehätschelt und gepflegt und die alten lassen wir unten im alten Werk und so nach und nach werden die sicher aussterben und mit denen habe ich gesagt wisst euch ist aber doch klar dass die alle aus dem selben Tal sind also der junge Mann oben und der alte Mann unten die sitzen abends am Abend essen Tisch zusammen und könnt ihr euch vorstellen was das was das für eine psychologische Wirkung hat da kann man Psychologie sehr gut gebrauchen weil glaub bloß nicht dass der junge Mensch obwohl er im Moment toll findet welche Profit er davon hat dass seine Seele nicht auch registriert wie sind die mit dem alten umgegangen und wie werden sie mit mir umgehen wenn ich so weit bin jetzt komme ich schon mehr und mehr in das Richtung Kunst der Kulturentwicklung wenn ich aber jetzt noch nicht so weit reingehen möchte erst noch mal euch ein paar Steuerkonzepte nahelegen die in Schemata fassen was ich jetzt in der einen oder anderen Weise schon mehrfach gesagt habe diese ganze Frage der Fokusbildung und das was ich sehe etwas mit der Perspektive und dem Aufnahmeapparat und diese Sachen zu tun haben das findet ihr alles in dem Buch wo ist der Wind wenn er nicht weht glaube ich und auch ja ich habe es geschrieben in welchen müsst ihr in die Inhaltsverzeichnisse reingucken auch im systemischen Feld sind Steuerungskonzepte bisher kein Arbeitsbereich deswegen haben der Andreas kann nicht und ich ein Buch geschrieben Einführung in systemische Konzepte der Selbststeuerung da wird zwar es gibt sehr viele andere Konzepte aber keine Konzepte mit denen ich darüber nachdenken kann welche Ansätze ich überhaupt wähle und warum und wie und da haben wir zum Beispiel das Steuerungstreik das ich im TA-Bereich schon ich weiß nicht vor 20 Jahren oder wann veröffentlicht habe wo ich gesagt habe wenn jemand fokussiert das ist also dann muss es eine sinnvolle professionelle Figur geben habe ich das damals genannt das heißt die Art und Weise wie ich ein zu lösen das Problem beschreibe zieht ja nach sich wen brauche ich als Gegenüber der überhaupt Einfluss hat auf das so beschriebene Problem also wenn ich zum Beispiel ein Problem als ein Verantwortungsvermeidungssystem des Vorstands beschreibe habe aber mit mittleren Managern zu arbeiten nützt diese Problembeschreibung gar nichts weil die die meine Klienten sind können mit so einer Problembeschreibung außer dass sie in eine Klageorgie verfallen nichts anfangen das heißt wenn ich ich muss dann entweder sehen gibt es eine Möglichkeit mit dem Vorstand zu arbeiten um mit dieser Problembeschreibung auch zu einem Arbeitskonzept zu kommen oder gibt es das nicht dann muss ich überlegen wie ich dasselbe Phänomen für die Gruppe auf die ich auch Einfluss habe beschreiben also wie gehen wir damit um wenn wir wenn bei uns häufig die Erfahrung gemacht wird oder vielleicht ist es auch nur eine kollektive Erzählung zur Erklärung von Nichtfortschritten dass die da oben ihre Verantwortung vermeiden das heißt ich muss es umfokussieren so dass es ein beschriebenes eine beschriebene Wirklichkeit zu einem Steuerungsproblem derer die sich auch zu steuern haben werden kann das heißt der Zusammenhang zwischen Fokusbildung und welche Klienten ich habe und in welchem Umfeld die tätig sind in welchen Rollen ich die da habe hat einen unmittelbaren Zusammenhang und dazu gehört natürlich als dritter Zusammenhang dass ich dann auch das richtige Vorgehen wähle also zum Beispiel wenn ich zu dem Schluss komme hier werden Machtfragen nicht geklärt und mein bevorzugtes Vorgehen sagen wir mal sind geleitete Fantasien mit Schwerpunkt wann war ich wann habe ich mich kraftvoll gefühlt in der Kindheit wenn ich mit diesem Vorgehen mit der Gruppe arbeite kann ich vielleicht ein bewegendes Erlebnis erzeugen aber diesen Fokus kann ich damit nicht bedienen das heißt damit eine stimmige professionelle Figur entsteht muss immer wieder neu abgeglichen werden dass Fokusbildung Problemdefinition wen ich damit erreiche in welchen Rollen und welche Handlungsfiguren und Zusammenhangskonzepte ich aktiviere in meinem beruflichen Handeln dass das zueinander stimmt und es gibt sehr viele professionelle die in allen drei Bereichen interessantes zu bieten haben aber es passt überhaupt nicht zusammen das ist ein wichtiges Thema für die Supervision also das ist das Steuerungsdreieck das immer wieder dazu helfen soll zu checken ob die Zusammenhänge bei mir stimmig sind weil nur dann habe ich die Chance einfach kraftvoll was zu machen und auch integrierend was zu machen nach draußen und das gleiche kann man für Team machen der Slogan heißt anderer Fokus anderes Team also sagen wir mal es gibt zunehmend Unzufriedenheit und Belastung in einer IT Service Abteilung jetzt kann ich natürlich sagen wenn ich zu dem Schluss komme ja die haben einfach ihre Produktentwicklung und ihren Rollout an den Kunden nicht in den Griff gekriegt das ist das Problem dann sind ja andere Menschen wichtig zur Klärung dieses Problem als wenn ich das Problem ganz anders verstehe also Team heißt bei uns die Definition ist Verantwortungsgemeinschaft also nicht die die in einem Büro zusammensitzen sondern die die zusammen Verantwortung tragen die sind ein Team das ist meine Definition von Team das heißt die die zusammen für einen gelingenderen Rollout von einem IT-System tragen die sind dann in dem Fall das Team bei diesem Fokus sind die das Team und zum Team gehören in dem Fall auch Vorgesetzte Beispielkunden Lieferanten für das System Maintenance Leute und so weiter die sind das Team weil die zusammen in verteilten Rollen spielen müssen damit das Vorhaben Rollout von dem IT-System gelingt und wenn der nächste Vorgesetzte nicht reicht weil es auf diesen Rollout zum Beispiel Freigabe von Finanzierungs Zusagen oder Lockerung von veralteten Normierungsvorstellungen oder ähnliches übergeordnet notwendig ist dann gehört der nächste Vorgesetzte auch noch zum Team alle die die in relevantem Zusammenhang haben dass ich die jetzt da habe dass die zusammen die Fäden in der Hand haben um das Problem zu lösen wenn ich zu dem Schluss komme das können die alles aber die müssen das zu schnell erledigen und haben Teamkonflikte und die haben einen integrierten Teamleiter und der Personaler wenn jemand kommt und sich beschwert der schickt die alle bis heim und vertröstet die oder schickt sie zu einem Psychoseminar damit sie ruhig sind dann bei diesem Fokus wenn ich dieselbe Schwierigkeit in der Abteilung so erkläre brauche ich für eine Teamentwicklungsmaßnahme ganz andere Leute da brauche ich den Personalentwickler da brauche ich den Vorgesetzten da brauche ich dessen Vorgesetzte weil die drei Zusammenwände an dieser Hypothese was dran sein sollte dass es etwas mit integrierter Führung zu tun hat dann sind ja von den Organisationsrollen her egal ob die Person an der Position geeignet ist das die die ich dafür brauche wenn das in der einen Abteilung gut läuft in der anderen Abteilung schlecht läuft kann ich natürlich um zu studieren was ist der Unterschied aus beiden Abteilungen Leute herholen die haben zwar ähnliche Verantwortung aber in getrennten Teams und dann kann ich ein Lernsetting und Studiersetting zusammen aufbauen also wir haben auch mal den Begriff vertikale Teamentwicklung entwickelt das heißt ich kann aus einem Hierarchiebaum je nach Fokus exemplarisch wichtige Positionen die ich brauche um zu verstehen wie die Zusammenhänge sind und Impulse zu setzen holen und obwohl dann vielleicht 300 Leute betroffen sind habe ich trotzdem nur 12 im Team das heißt weil sonst heißt immer ich kann da muss ich Organisationsentwicklung machen ich kann da nicht Teamentwicklung machen weil das viel zu viele Menschen sind das liegt aber dann daran dass da nicht fokusspezifisch situativ gewählt wurde wer in dem Fall das Team ist und natürlich sollten auch Führungskräfte lernen je nach Verantwortungsbereich mit dem sie umgehen wollen andere Leute an den Tisch zu holen stattdessen ist es üblich immer alle an den Tisch zu holen und die Hälfte langweilt sich also das ganze Verständnis wie setze ich Teammassnahmen auf braucht andere Steuerungslogiken und davon erzählt dieses Dreieck das in der Logik genauso gebaut ist wie das Steuerungsdreieck für die Individualkompetenz das heißt ich muss das nicht zweimal lernen wenn ich die Logik einmal kapiert habe kann ich das einfach übertragen auf die Steuerung von Team Aktivitäten ist das verständlich gut das habe ich jetzt hier nicht drin da gibt es dann auch Schaubilder die einfach zeigen wie die Hierarchie Baum ist und wie dann fokusspezifisch ausgewählt wird wen können wir beispielhaft aus diesem System nehmen sodass wir im Kleinen bei überschaubarer Teilnehmergröße trotzdem abgebildet haben was das Problem was die Zuständigkeit und Rollenverteilung in dem System ist und wenn wir da zu einer sinnvollen Maßnahme kommen kann man immer noch überlegen ob man das auf alle ausrollt oder ob man das nicht tut es wird insgesamt immer gleich in großen Lösungsdynamiken gedacht wir propagieren immer erstmal eine Studienphase zu machen also nicht gleich eine Lösung nicht gleich eine Problemlösungsphase zu machen wir wissen ja gar nicht wer behauptet eigentlich dass das das Problem wäre sehr oft ruft irgendein Vorgesetzter an und sagt er hat ein Motivationsproblem in seiner Abteilung und er will ein Coaching oder eine Teamentwicklung das sind marktgängige Etikettierungen du hast keine Ahnung was da wirklich dahinter steckt also musst du eigentlich eher ein Studiendesign erstmal entwickeln um auch ein dir als Fachmann plausibles Verständnis was ist dort alles los und was ist das relativ wichtigste um eine Entwicklung einzuleiten und das mit den sparsamsten Mitteln und dazu brauche ich Designkompetenz und studieren und ich muss die einladen das mit zu studieren weil ich natürlich ich kann es nicht dadurch lösen dass ich eine Außenexpertise mache selbst wenn ich das könnte was ich in den meisten Fällen nicht kann ist es nicht hilfreich weil die Leute das dann ja nicht übernehmen ich muss also eine Lerngemeinschaft unter den Betroffenen schaffen die selbst auch die Information haben aber die auch wenn sie mit denen sehr gut umgehen die brauchen kein extra Transfer mehr das sind die die ohnehin nachher damit zu tun haben wenn die was lernen ist die Chance dass das in den Alltag geht einfach sehr viel größer kommen wir nachher unter dem Stichwort Systemlernen nochmal dazu dann das perspektiven Ereignismodell das ist dadurch entstanden dass ich mal einen fünfköpfigen Vorstand zur Beratung hatte und die haben mir 25 Kinder die in den Brunnen gefallen sind aufgezählt und sie hatten zwei Stunden Zeit und wie wir das jetzt lösen und was mir aufgefallen ist dass die wild durcheinander diskutiert haben ja da war jetzt dieses große Meeting und das und das ist da schiefgelaufen und so können wir das nicht mehr machen und andere sagt ja das war jetzt dieses Meeting aber es ist eigentlich wichtig dass wir zukunftsfähig werden wir sind nicht zukunftsfähig und die Thematisierung von Zukunftsfähigkeit in diesem Meeting ist uns auch überhaupt gar nicht gelungen und so haben die Perspektiven also Gesichtspunkte unter denen inszeniert werden soll und Ereignisse also das was dann wirklich geschehen soll ständig durcheinander diskutiert die kamen auf keinen grünen Zweig damit und dann bin ich an Flipchart und habe unterschieden zwischen Perspektiven und Ereignissen und wir brauchen eine Ordnung im Denken und in der Diskussion entweder wir sagen okay lass uns die Sache von den Perspektiven aufziehen das ist jetzt jeweils das Standbein auf diesem Bild sagen wir okay Servicefreundlichkeit sagen wir jetzt mal zum Beispiel was meinen wir mit Servicefreundlichkeit dann da muss das erstmal untereinander definiert werden dann können wir wieder dieses Wirklichkeitsbegegnungsmodell brauchen weil vielleicht die fünf Vorstände jeder was völlig anderes damit meinen was Servicefreundlichkeit sein könnte und wenn man sich auf ein paar plausible und Gesichtspunkte geeignet hat das merkt man zum Beispiel daran dass der Kunde wenn wir anrufen in der Regel erfreut ist oder dass wenn irgendwo was nicht gut läuft der Kunde auf uns zukommt und kooperativ sagt Leute da läuft was nicht gut kümmert euch drum wenn das passiert öfter passiert dann gehen wir mal davon aus dass Servicefreundlichkeit bei uns zugenommen hat also die Perspektiven werden spezifiziert in dem Fall werden sie sogar an Ereignissen festgemacht und dann kann man sagen okay wenn das jetzt unsere Perspektiven sind dann lass uns mal überlegen wir machen jetzt nicht eine Maßnahme und da geht es um kundenfreundlichkeit das wird heute gemacht da wird der oberguru für kundenfreundlichkeit eingeladen der macht dann ein super seminar fünf tage alles begeistert das war's dann nee wir überlegen wo in unserem unternehmen gibt es ereignisse in denen entscheidendes zum thema kundenfreundlichkeit passiert oder unterlassen wird das heißt nachdem ich die perspektive klar habe gucke ich mal in welchen stücken auf welchen bühnen muss eigentlich dieser aspekt mehr betont werden weil nur in der regel durch ein komplexes zusammenwirken in verschiedenen Ereignissen und einer relativ konsequenten Folge von Ereignissen können perspektiven wirklich in neue wirklichkeiten oder in gewohnheiten umgesetzt werden das ist die eine art wie man denken kann und dann kann man überlegen was sind jetzt die ein zwei drei wichtigsten perspektiven und über welche ereignisse wollen wir uns jetzt unterhalten und welche vorstellung haben wir davon wie die umzugestalten wären und wie kann das geschehen dass die umgestaltet werden wer ist dafür zuständig verantwortung und also und das habe ich dann mit den fünfen an zwei Beispielen den zwei stunden mal durchgemacht und am anfang war den unbehaglich weil sie gedacht haben was ist mit unseren anderen 18 problemen aber interessant war dass sie dadurch in eine systematik des sich untereinander abklärens und eine reihenfolge des abarbeitens im denken und im sprechen miteinander gekommen sind die sie als sehr viel effizienter erlebt haben und es entstand eine andere art von lösungsgemeinschaft und sie waren nach diesen zwei stunden an diesen beispielen anhand von zwei vorstandsbereichen so zufrieden dass sie sich vorgenommen haben dass wenn sie zurücksehen bei den anderen themen selbst zu machen eine ganze reihe von themen haben sich dann fast unbewusst neu geregelt mussten gar nicht mehr extra debattiert werden weil eine andere kultur des abarbeitens des gemeinschaftlichen abarbeitens von themen an diesen beispielen entstanden ist unser slogan ist ja kultur entsteht durch kultur und beispiele machen schule wir versuchen nie alles zu lösen wir versuchen immer nur an relevanten beispielen eine miniatur für das zu bieten was gewünscht wird und wenn das gut gemacht wird und didaktisch ausgerollt wird dann machen solche beispiele schule und die meisten menschen werden eh nur dadurch überzeugt dass sie einfach erleben dass es besser geht und erst wenn sie das erleben interessieren sie auch für die steuerungslogik dahinter wenn wir ein seminar kriegen über die steuerungslogik dahinter und die erleben nichts anderes interessiert sich kein mensch dafür also das ist das was ich jetzt hier in dem zweiten Schaubild das mache ich dann jetzt nicht nochmal auch ausgedrückt hat also entweder die Leute denken in Maßnahmen und dann es gibt ja konkretistische Denker ihr habt einen Kunden der ist ein konkretistischer Denker der erzählt dir Beispiel über Beispiel über Beispiel irgendwann hast du genug Beispiele und was ist jetzt das Problem daran was ist jetzt das Gemeinsame an diesem Beispiel erzählen sie dir noch ein Beispiel und die müssen erzogen werden dass sie abstrahieren dass sie die Steuerungsprinzipien die Fragestellungen die durch diese Beispiele repräsentiert sind dass sie die formulieren lernen also dass sie von der Aufzählung von Ereignissen in Perspektiven für die Steuerung von Ereignissen sich entwickeln also ihr Wirklichkeitsstil sich weiterentwickelt und dann gibt es aber Leute die erzählen dir die Problematik an sich und noch eine Problematik und was sie schon darüber nachgedacht und angenommen also wo findet es konkret statt und angenommen du würdest das ändern wie würde sich das konkret zeigen in welchen Ereignissen und wie soll es zu einer Neugestaltung dieser Ereignisse kommen dann fällt es denen nicht viel ein weil sie schlechte Konkretisierer sind in Sachen Wirklichkeitsstil muss der eine Abstraktionskompetenz dazu lernen und der andere muss Konkretisierungskompetenz dazu lernen als Individuum als Team können sein die Talente sind verschieden verteilt dann müssen dort wo es um Abstraktionen geht die die gut Abstraktion können Geltung verlangen und dort wo es um Konkretisierung gehen müssen die das können Geltung verlangen und es muss in einem kollektiven Zusammenspiel gelernt werden und dass das nicht gegeneinander läuft sonst haben wir nur die Visionäre und die Praktiker und die Praktiker sagen visioniert ihr ruhig weiter wir wissen wie es geht und die Visionäre sagen die gucken immer auf die eigenen Fußspitzen aber wohin es gehen soll kapieren die überhaupt nicht solche Polarisierung gibt es in vielen Unternehmen und da ist wichtig dass das zusammengebracht wird und das ist eine kulturpflegerische Aufgabe dazu brauchen wir aber selber Konzepte wie wir überhaupt das was nicht gut funktioniert auf eine praktische Weise konzeptionieren können können ist das mittagspause 12 uhr ok so jetzt wird es für den moment wieder etwas anspruchsvoll bislang bisher war das jetzt so weil wir denken wir wissen was ein Unternehmen ist gehst du heute ins Unternehmen frag mal fünf verschiedene Menschen in fünf verschiedenen Zipfel was dir da erzählt der eine sagt ja ich gehe in Gebäude fünf der andere sagt ja ich gehe zum Meeting der Key Players der dritte sagt ja ich gehe zur Konfliktklärung dorthin denn Unternehmen ist für mich Finanzen und wir haben was finanziell zu klären also ihr werdet feststellen auch da ein Unternehmen ist kein Ding was Unternehmen ist eine Perspektive für den Personal ist das Unternehmen was anders als für den Boss als für den Gärtner für jeden ist das Unternehmen was aus seiner Wirklichkeitssicht das ausmacht also die Illusion es gebe das Unternehmen als objektives Ding es gibt es gibt natürlich irgendwas objektives aber wir kommen da nicht dran ohne die Perspektive eines Betrachters und wenn wir sagen wir wollen Unternehmen entwickeln muss man sich natürlich fragen was wollen wir eigentlich entwickeln das heißt wir müssen eine Perspektive dazu sagen unter welchem Gesichtspunkt wir Unternehmen entwickeln das kann sein Richtung Wirtschaftlichkeit da geht es dann um andere Daten Fakten Zusammenhänge Lösungsmöglichkeiten als wenn ich sage ich möchte das Unternehmen unter Kulturentwicklungsgesichtspunkt des Umgangs miteinander der Würdigung studieren und dann kombinieren wir das jetzt wieder mit dem Steuerungstraieck je nachdem unter welchem Gesichtspunkt ich Unternehmen entwickeln will gibt es ganz andere Adressaten im Unternehmen die dabei eine Rolle spielen und das hat zunächst was mit meiner fachlichen Sicht zu tun hat aber auch etwas mit der Kultur der Rollenverteilung in diesen Unternehmen zu tun ich muss die auch ein Stück studieren das heißt es ist gar nicht so einfach zu definieren was eigentlich Unternehmens- oder Organisationsentwicklung sein soll unter welchen Gesichtspunkten und dafür brauchen wir auch wiederum dieses Perspektiven- Ereignismodell und dann ist es ja manchmal so dass der eine sagt ich mache Führungskräfte Entwicklung Führungsentwicklung und der andere sagt ich mache Verantwortungskultur Entwicklung man sagt ja man braucht Verantwortungskultur Entwicklung ist doch kein eigenes Thema denn eine gute Führungskräft ist ja verantwortlich ich sage ja umgekehrt Führungsentwicklung ist eigentlich eine Unterabteilung von Verantwortungsentwicklung weil ja nicht nur die Führer sind am Unternehmen wichtig sondern alle anderen sind auch wichtig wenn alle ihre Verantwortung wahrnehmen dazu gehören auch die die Führungsfunktionen haben dann ergibt sich dann erübrigt sich ein eigenes Feld Führungsentwicklung und so kann man da können die verschiedenen Scheinwerfer darum streiten wer das Ereignis das ja immer das gleiche bleibt besser beleuchtet und dann ist oft so dass die das so tun als wären das eigene Bereiche wir machen jetzt mal zwei Jahre die Führungskräfteentwicklung und dann habt ihr Zeit dann könnt ihr euch mit der Verantwortungsthema beschäftigen als könnte man das in der Sache täglich ist die Führungsthematik und die Verantwortungsthematik in jedem Moment präsent und muss integriert und kombiniert werden mal kann man den Elefant von der einen Seite her aufzäumen mal von der anderen Seite und es stimmt dass es oft sich um dieselben Dinge handelt die Ereignisse um die es geht die Menschen die da behandeln müssen können durchaus identisch sein aber die Perspektiven aus denen heraus wir Entwicklungen steuern die können verschieden sein und ich habe jetzt mal für das wie wir unsere Produkte lancieren Perspektiven ausgewählt da ist auch dieses Scheinwerfer Bild aber es gibt natürlich x Scheinwerfer die wir gar nicht benutzen wenn wir Unternehmen beschreiben also es wird natürlich der Umweltbeauftragte nochmal ganz andere Dinge zur Sprache bringen oder in Vordergrund rücken und das was das für uns im Hintergrund natürlich ist Umwelt wichtig aber es ist nicht unser Handlungsgegenstand für den ist das im Vordergrund und dass das nicht funktioniert weil die die Führung nicht dahinter steht und dessen Ausdruck von genereller Führungs Beziehungsschwäche in diesem Unternehmen ist das ist für den Hintergrund für den ist Vordergrund warum die CO2 Emission nicht stimmt also jede jede Betrachtungsweise hat ihre eigenen Konstellation von Vorder und Hintergründe obwohl im Tatsächlichen alles ständig zusammenwirkt man kann das eigentlich nicht trennen voneinander eines unserer beliebtesten Schemata ist das Verantwortungssystem unsere Definition von verantworten heißt Antwort geben und das hat vier Dimensionen die alle vier versorgt werden müssen das Problem ist dass die meisten Menschen nur in ein oder zwei Dimensionen denken und die anderen außer Acht lassen das heißt ich muss als Person aus der Perspektive der Person ich muss die Antwort geben wollen auf eine Frage die sich mir stellt also wenn meine Frau zu mir sagt ab jetzt wollen wir tierwohl orientiert besser essen und das gilt auch für dich dann muss ich die Antwort oder die mögliche Antwort auf diese Frage die sich mir auf diese Weise stellt wollen wenn ich das nicht will weil sie sagt du bist doch ein aufgeklärter Mensch du musst das doch können ja können tue ich schon aber wollen tue ich nicht heißt für mich als Person ist wichtig dass ich nicht nur will sondern auch kann das ist manchmal eine Frage auch der Qualifikation und manchmal der Frage der gelebten Werte und wenn beides gegeben wäre also ich will tierwohl freundlich essen und ich kann das auch weil ich gut einkaufen kann oder auch in der Lage bin mich zu beherrschen wenn irgendetwas Unanständiges auf diese Weise vor meine Augen kommt dass ich das nicht meine wieder essen zu müssen das ist der Teil des Verantwortungssystems das meine Person betrifft aber in Organisationen kann man Verantwortung dadurch nicht abdecken sehr oft wird das gemacht die Leute können das nicht schicken wir auf Qualifikation oder den Leuten die wollen das nicht machen wir Motivations Seminar aber es kann sein dass es daran gar nicht liegt sondern dass wenn sie versuchen was die Fragen neu zu beantworten und selbst in die Hand zu nehmen dass man sie gar nicht lässt das heißt die Antworten man muss auch antworten dürfen und bei vielen Fragen der Verantwortung reicht das nicht außer man muss außerdem verantworten müssen das heißt man muss zur Rechenschaft gezogen werden wenn man die Antworten nicht gibt beziehungsweise nicht verantwortlich damit umgeht dass Antworten schwer zu finden sind und sehr oft fehlt zum Beispiel einfach dass die Leute eigene Antworten geben dürfen und dann geben sie keine Antworten und dann stickt man sich stattdessen zum Motivationsseminar oder zur Qualifizierung eigentlich muss man eine Organisationsentwicklung machen und sagen wie wie gehen wir Fehlerkultur Zuständigkeit Delegationsfragen wie gehen wir damit wie machen wir rahmen wir den Leuten dass sie das jetzt dürfen und dass wenn sie versuchen das zu lernen und da geht mal was schief in nicht der Kopf abgerissen wird und dass wenn sie es tun dass sie Gratifikation erfahren und die dies nicht tun diese Gratifikation nicht kriegen und dass wenn sie und dass sie antworten müssen dass wir erwarten dass dabei was rauskommt oder dass es Fortschritte macht und wenn die nicht zu erzählen sind dass sie auf die zukommen die eine Verantwortung definieren können oder eine Entlastung von Verantwortung und das mit denen klären und das sind organisationsentwicklerische Fragen das sind keine individualen Fragen da kann natürlich dass ein Chef jemand anderen nichts entscheiden lassen kann kann auch eine Persönlichkeits Komponente haben kann man auch psychologisch dran arbeiten aber was ist in einem System los dass wenn jemand so handelt ihm sein Chef nicht auf die Füße tritt also ist vielleicht an der Stelle trotzdem viel wichtiger erstmal zu klären ob die Kultur das normalerweise verlangt und sein Chef von ihm auch dass er wirklich delegiert und seine Mitarbeiter was machen lässt und wenn dann er wenn das eigentlich klar ist und diese Person dann aus persönlichen Gründen damit nicht gut umgehen kann dann kann man überlegen welche Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme wenn überhaupt kann das dann helfen also das sind die Dimensionen des Verantwortungssystems und wir machen beste Erfahrungen damit in Supervision wir haben ja sehr oft diese engagierten jungen Menschen die daran leiden dass die Organisation eigentlich nicht bereitstellt die Rahmenbedingungen die sie brauchen um mit ihrem Engagement erfolgreich zu sein und die immer glauben es liegt daran dass die persone nicht motiviert oder qualifiziert genug sind und die schulen wir darin zu sehen dürfen wir überhaupt das wenn wir wollen und dann brauchen wir wieder das das Schema Symbiose Konfrontation also Verantwortungsvermeidung seitens der Organisation da ist eigentlich ein Dialog zwischen dieser Person und ihrem Chef dran was sie darf und was sie nicht darf und wenn sie unterschiedlicher Meinung sind wie sie damit umgehen können und wenn der Chef das vermeidet sich diesem Verantwortungs Dialog zu stellen muss das System Wege kennen die akzeptiert sind die man darf und die man muss die man gehen kann um eine in verantwortungsnahme Aktion zu starten und zwar von jeder Position aus das ist keine Sache von oben nach unten sondern auch von unten nach oben dass man die die komplementäre Verantwortung wahrnehmen müssen weil ich sonst meine Fragen nicht beantworten kann weil ich in einer Gemeinschaftswirklichkeit lebe muss sichergestellt werden dass ich in der Lage bin durch Kommunikation die Zusammenhänge so weit zu transportieren dass es da irgendwelche Lösungen gibt und das und das ist Perspektive Unternehmenskultur unter dem Gesichtspunkt Verantwortungskulturentwicklung und da gibt es jede Menge Fehlverhalten kann jeder sofort ein Lied von singen und jede Menge Verantwortungsvermeidung da gibt es nicht nur persönlich Kompetenzdefizite wie man Kommunikationsfiguren anbringt damit man das Mögliche ausschöpft sondern es gibt auch Defizite dass die Systeme einfach gar kein Verständnis davon haben was für eine Verantwortungskultur sie brauchen dass Unternehmensführung auch dann funktioniert wenn man nicht jeden immer kontrolliert weil es ein selbstverständliches Verantwortungssystem gibt sehr oft weiß man aber nicht bei neuen Aufgaben neuen Rollen neuen Herausforderungen wie da das Verantwortungssystem sein kann das heißt die müssen auch lernen zu neuen Fragestellungen auch neue Verantwortungssysteme gemeinsam zu entwickeln die verbindlich zu machen innerhalb deren die Beteiligten dann auch danach handeln können und sie müssen auch ein Recht haben das was sie als Individuum brauchen an Unterstützung durch die Organisation das einzufordern und wenn sie auf eine vermeintliche Verantwortungsvermeidung stoßen muss es einen Mechanismus geben wie sie weil sie ja nicht mit der Organisationsmacht ausgestattet sind wie sie die dafür Berufenden in Verantwortung nehmen können Dürf ich da was sagen du sprichst ja jetzt von positiver Intervention also da kommt eine Firma zu dir und du berät sie im gesamten jetzt Mitarbeiterin und Mitarbeiter in so einer Firma und ich darf eben nicht Stellung nehmen ich darf nicht meine Meinung sagen wie gehe ich dann damit wenn ich so eine Person beraten sie kann ja nicht Einfluss oder wie weit darf sie kann sie Einfluss nehmen also also erstens man muss man klären ob die Mythologie dass sie nicht darf ob das stimmt und ob die Möglichkeiten wenn sie es gut macht es kann auch sein dass es teilweise ein Kompetenz Problem ist weil manche versuchen anstatt den Chef in Verantwortung zu nehmen ihm besserwisserisch zu kommen das mag kein Chef also dann ist es aber dann zu einem Teil doch ein Kompetenz Problem aber das muss man klären und angenommen das wäre geklärt und es gelingt nicht die aus dieser Organisationsrolle verfügbaren Hebel erfolgreich in Betrieb zu nehmen dann ist zumindest wichtig dass die Person weiß dass das hier nicht möglich ist und dann muss sie die Passung zu der Kultur prüfen und das hatte jetzt natürlich wieder was mit zu tun mit Bequemlichkeit also wir haben zum Beispiel Unternehmen die erreicht jemand nicht viel aber er will nicht wechseln weil die anderen alle schlechter bezahlen da muss es im Klaren sein dass das der Preis ist für seine Korruptheit an der Stelle er könnte vielleicht in ein besseres Unternehmen wechseln aber es hätte seinen Preis und den will er nicht bezahlen oder er merkt das geht hier wirklich nicht und dann lade ich die Menschen wirklich ein guck mal gibt es viele andere wenn ihr euch darüber klar seid dass es das eine ist guckt noch mal ob ihr irgendjemand im Unternehmen findet der das versteht und der genügend Macht hat daraus ein Thema machen und wenn das nicht der Fall ist dann geht es nur nach dem Motto rette sich wer kann manche retten sich in Ersatz Befriedigung dass nennen das dann kompensatorische Symbiosen die glauben sie bezahlen und sie behaupten sie bezahlen uns und wir behaupten dass wir arbeiten und das ich sage nicht dass es immer schlecht ist solche Kompensationsgeschäfte die sozusagen ein organisiertes System der komplementären Verantwortung nicht Wahrnehmung sind und wenn jemand öffentlich finanziert ist oder eine Supermarkt Nische hat weil die Ingenieure es immer richten kann ein Unternehmen mit einer verantwortungskulturreife unterirdischer Art trotzdem sehr lange leben aber da kannst du dann natürlich solange die nicht vom Aussterben bedroht sind ist es dann über Überzeugung auch schwer was zu finden also da ist oft notwendig dass du die Leute animierst mit den Füßen abzustimmen weil damit solche Organismen aussterben das kannst du nicht mit mit humanistischer Überzeugungskraft lösen insbesondere nicht wenn da wenn es ein finanzmarkt getriebenes Unternehmen ist das nur auf Rendite guckt ja das habe ich gerade schon gesagt das sind in diesem Schaubild von gerade vier Dimensionen eines Verantwortungssystems also es geht um Qualifikation Werteorientierung Zuständigkeit und Autorisierung dürfen zur Autorisierung komme ich gleich nachher noch Autorisierung die Schwester der Macht hier jetzt erstmal noch eine andere kleine Unterscheidung nehme ich Verantwortung für und Verantwortung in Bezug auf am Beispiel unseres Instituts die angenommen die Sekretärin macht ihren Job für die sie eingestellt ist super aber wenn ein herumirrender Teilnehmer wenn sie den aus dem Fenster sieht und sie das Gefühl hat das geht sie nichts an dann verstößt sie gegen die Verantwortung in Bezug auf also es gibt Verantwortung die stehen in meiner Job Description falls es eine solche gibt und es gibt aber immer auch eine Verantwortung für das Ganze und sonst macht der Ober auf der Titanic einen super Job weil er wieder toll deckt und meint da ist ein Eisberg das sehe ich schon auch aber es ist ja nicht meine Verantwortung ist das nicht und es ist sehr wichtig dass man immer wieder sich neu darüber unterhält wofür bin ich verantwortlich und da gibt es direkte Versäumnisse wenn ich diese Verantwortung nicht ausfülle oder falls sie nicht auszufüllen ist für einen Dialog darüber wie wir damit umgehen sorge ich sage es heißt nicht man kann nicht Verantwortung definieren und müssen auf jeden Fall hinkriegen sondern aber es muss jemand die Kommunikationsverantwortung die Dialogverantwortung dafür übernehmen wenn es so nicht zu machen ist sonst geht es mir so dass ich als Chef einen Auftrag gebe und nach zwei Jahren denke was ist eigentlich daraus geworden das gibt es bei uns nicht also wenn jemand einen Auftrag kriegt kann sein der ist nicht zu erledigen aber er hat zumindest zurückzukommen und zu sagen es geht nicht oder nicht in der Zeit oder ich bin überlastet wir müssen uns über Prioritäten unterhalten oder was auch immer aber dass jemand einfach Verantwortungsfäden verfallen lässt und dadurch jede Menge Verantwortungslücken in solchen Systemen entstehen das ist außerordentlich schädlich für die Vitalität von Unternehmen deswegen ist es wichtig dass man sich immer wieder neu darüber verständigt außerdem dass man den Primärjob macht wie für was muss man verantwortlich sein es darf aber auch nicht so sein dann gibt dann die Kümmerer die immer alles machen das muss nicht sein man muss darüber sprechen wie man diese Verantwortung wahrnimmt dass die die dafür verantwortlich sind diese Verantwortung auch erkennen und zurückgeschoben kriegen falls es sich um eine Verantwortungsvermeidung hält handelt und da müssen alle mithelfen das kann ein Vorgesetzter allein nicht machen es muss eine Kultur sein dass jeder ein Verständnis davon hat wie das Verantwortungssystem funktionieren müsste und merkt wenn was nicht läuft und eine Idee hat wo er das adressieren kann das ist Verantwortung Kultur Aufbau wir haben noch neun Minuten da kann ich noch Macht und Autorisierung machen das ist ein anderes Schema in unseren Curricula ist es immer noch ein bisschen so obwohl wir ja sehr unternehmensorientierte Curricula sind dass das Macht Thema immer noch so ein bisschen belastet ist von der Ideologie das sind die Mächtigen und ich bin ein armer Wurm und habe nichts zu sagen und die missbrauchen ihre Macht also kein qualifiziertes und geläutertes Verhältnis zur Macht aber keine Organisation kann ohne Macht ein gutes Macht System wirklich überlebensfähig sein also Macht ist eine positive Kraft deswegen brauchen wir positive Konzepte dafür kann ich jetzt nicht alles erläutern aber will nur sagen es gibt drei Macht Perspektiven also Macht ist die Fähigkeit und da gibt es drei verschiedene Definitionen davon das was die meisten unter Macht verstehen ist hierarchische Macht die nenne ich hier Hoheits Macht und dann kommen wir auch schon gleich zu den Definitionen das heißt ich bin per Amt autorisiert Gestaltungsmöglichkeiten und Wirklichkeitsmöglichkeiten einseitig Vorgaben zu machen und das muss ich jetzt in dem Fall mit dem anderen nicht abklären ob er das auch so machen würde natürlich muss ich abklären wenn ich will dass der jenige das macht ob er das teilen kann ich brauche einen Dialog ob mir da eine Gemeinschaftswirklichkeit haben aber ich muss am Ende sagen und ich will es so man kann es so oder so Weihnachten feiern bei uns gibt es Honigkerzen und keine Elektrokerzen und da muss der andere wissen dass wenn er der bei uns darf er entscheiden welche Kerzen wir am Christbaum haben wenn er das so entscheidet kann er mir einseitig Vorgaben machen auch wenn ich das nicht das ist Hoheitsmacht und es gibt und es ist ein Segen die wird leider oft also wird oft schlecht gebraucht klar dumm einseitig hierarchisch aber sehr oft wird sie auch nicht ausgenutzt es wird endlos über die ein oder andere Variante diskutiert es findet sich kein Chef der sagt jetzt haben wir genug diskutiert das ist jetzt die Richtung in die wir laufen und bitte versammelt eure Energien da rein die Prozesse auch entsprechend zu gestalten und wenn der Punkt dann kann man sagen okay da braucht es aber einen Verantwortungsdialog der hat vielleicht nicht alle Fakten und so weiter klar kann man schleifen machen in begrenzter Maße aber dann kommt der Punkt an dem jeder weiß und jetzt marschieren wir so und wenn da nicht ein Eisberg im Weg ist gibt es keinen Grund nochmal in geht dadurch verloren dass es nicht lang genug und konsequent genug durchgezogen wird und es gibt einfach die wichtigsten Entwicklungsprozesse müssen über lange Zeit nach bestimmten Gesichtspunkten stabil gehalten werden zumindest die Rahmen im situativ kann man variieren aber die Rahmungskompetenz ist etwas ganz wichtiges und sehr oft ist es eine Aufgabe der der hochheitlichen Machtfunktion im Unternehmen und die muss auch ausgeübt werden und die muss auch gekonnt werden wird leider viel zu wenig geschult und die Schöpfermacht ist eine andere Grundlage weshalb andere mir folgen einer bestimmten Inszenierung den Vorzug zu geben gegenüber einer anderen weil die Leute nehmen wahr dass ich die Fähigkeit habe sinnvolle Dinge zu tun und orientieren sich dadurch automatisch an mehr und jetzt kann natürlich sein dass die die Schöpfermacht in einem Unternehmen haben und die die Hoheitsmacht haben dass die nicht an einem Strang ziehen dann gibt es ein Problem dann gibt es auch oft einen Machtkampf der aber etwas mit den unterschiedlichen Modalitäten von Umgang mit Macht zu tun hat und es wäre natürlich sehr hilfreich wenn die 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 Schöpfermacht haben die sind gern ein bisschen überheblich sagen ich weiß es eh besser mir egal welchen Chef wir machen so wie ich es richtig finde die ignorieren die Bedeutung von Hoheitsmacht und schädigen damit die Gültigkeit von Hoheitsmacht Strukturen aber auch umgekehrt die die Hoheitsmacht haben sagen ich kann sagen wie es gehen soll da brauche ich mich nicht darum kümmern ob das intelligent ist was ich sage also das ist dann natürlich wieder die Gemeinschaftskultur können die bei unterschiedlichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen trotzdem Kulturbegegnung machen sich maximal austauschen und dann dennoch geordnete Steuerungslösung fürs Unternehmen finden und wenn dann der Chef nachdem er alles geklärt hat sagt und jetzt machen wir es so dass dann der der die Schöpfer macht hat nicht am nächsten Tag kommt jetzt habe ich noch eine bessere Idee machen wir doch lieber so und das dann aber so subversiv macht und langsam wird aus dem Pferd das man satteln wollte ein Huhn das Eier legen sollte und da wundert sich dann der Chef wo das wo die Möglichkeit zum Ausritt bleibt ja eine andere Grundlage für Einfluss auf andere habe ich Sinnmacht genannt und das habe ich aber als das ist nichts was man so schnell lernen kann das ist eine Fügung also es gibt Menschen die die selbst so viel Sinn in sich erzeugen können und die andere als Vorbilder als Orientierungspunkte für Sinn empfinden dass sie ihnen einfach Einfluss einräumen und sich an ihnen orientieren und das ist auch sehr wichtig und optimal wäre es natürlich wenn zu entscheidenden Fragen im Unternehmen alle drei Macht Dimensionen komplementär zusammenwirken würden dann gibt es ein machtvolles Unternehmen und zwar im guten Sinne und jetzt will ich noch kurz weil das also jetzt kann man natürlich Selbsterfahrung wieder daraus machen oder man kann in Supervision sagen ja wenn du das Gefühl hast du hast nicht genügend Einfluss was ist eigentlich ein bevorzugter Modus sagt ja ich mach oder die mufti ok scheint aber bei euch so nicht zu funktionieren wie sieht es mit Schöpfermacht aus ja da bin ich nicht so gut deswegen muss ich mit harter Hand die Sache machen dann kann man mit dem sprechen ja aber ohne Schöpfermacht in einem kreativen Unternehmen läuft nichts dann kann man demjenigen anbieten als Supervisions Gegenstand wollen wir uns darüber beraten was du dafür tun kannst um die 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 Schöpfermacht im Unternehmen haben dass du mit denen eine Koalition bildest und da berühre ich jetzt nochmal eine Frage des Beratungsstils ich meine nicht dass Beratung immer nur anliegensgesteuert sein muss ich meine dass Beratung auch dadurch geprägt werden kann dass ich mir ein Bild davon mache und einen Kontrakt anbiete und auch sage wenn du das Problem nicht löst nützt es nichts wenn wir an deinem Anliegen dass du nicht aus der Haut fährst wenn mal wieder alles schief liegt arbeiten weil du wirst immer wieder diesen Anlass haben also ich glaube deine Energie in unsere Beratung sehr viel besser verwendet wenn du lernst Koalition mit denen die die Schöpfer Macht haben einzugehen und dass die wenn die hoheitlichen Komponenten brauchen das nicht mit Genialität versuchen sondern zu dir sagen du ordnet das einfach mal an aber dass du wenn du willst dass was sinnvolles geschieht nicht denkst du dir fällt zwar nichts ein du musst es aber trotzdem bestimmen sondern dass du die Ideen haben auch holst und die zusammenschließt in den Machtarten also da kann man auch eigene Gewohnheiten das kann in die Geschichte der eigenen Unternehmenskultur Zugehörigkeit gehen ja ich komme aus einem Unternehmen da hat man das nicht anders gekannt da war das immer so man hat also bezogen auf das Thema Macht eine Sozialisation erfahren die man einfach gewohnheitsmäßig weiterspielt obwohl man sie selbst nicht gut fand man findet sie erträglicher weil man vielleicht in einer anderen Rolle in dem Spiel ist aber eigentlich wenn man sich überlegt wollte man dass ein anderes Spiel gespielt wird kommt man aber nicht unbedingt von selber drauf braucht man manchmal einen Impuls von außen und das andere womit man sich beschäftigen kann wenn ich möchte dass ich für andere wichtig bin und sich andere an mir orientieren welche Art von Autorisierung such ich eigentlich weil ich habe nur so viel Macht über andere als diejenigen mich autorisieren dass sie diesen Einfluss auch annehmen außer bei den gewalttätigen Formen von Hoheitsmacht da kann ich schert mich das vielleicht nicht aber bei allen anderen Formen bei komplexen Aufgaben und lebendigen Unternehmen bin ich darauf angewiesen dass der andere mich autorisiert dass ich in der Sache ihm was zu sagen habe und das tut er zum Beispiel auch im Hoheitsmacht Bereich es muss der der Schöpfer Macht Freak muss den Chef autorisieren obwohl du die schlechteren Ideen hast und deine Version aus meiner Sicht nicht optimal ist bist du von mir autorisiert dass wenn du so entscheidest dass ich mich auch wirklich von innen heraus daran halte obwohl ich dass wenn man Macht Beziehung anguckt dass man immer beide Seiten anguckt und bei einer Selbsterfahrung kann ich zum Beispiel fragen wenn ich Einfluss auf andere nehmen möchte wie suche ich Autorisierung ich versuche die davon zu überzeugen wie toll das ist also Schöpfer macht oder Sinn macht Autorisierung das funktioniert aber nicht bei denen ja aber angenommen du würdest denen sagen so machen wir jetzt würden die das akzeptieren das würden sie akzeptieren ja warum warum nutzt du dann die besser funktionierende Möglichkeit einer Autorisierungsdynamik die schon da ist und bestehst dass du eine Autorisierung kriegst die dafür in dem Fall jetzt gar nicht notwendig ist also über die Macht Autorisierung persönlichen Präferenzen Kultureigenheiten eines Teams und wie ist das überhaupt im ganzen Unternehmen üblich und dann gibt immer die Wechselspiele dass ich meine zum Beispiel in einem Machtsystem mich bewegen zu müssen dass ich persönlich zum Beispiel im Fußballverein ganz anders lebe da wird die Welt geteilt da funktioniere ich so und dann mache ich noch eine Weiterbildung da ist alles ganz prima und das bringe da gar nicht hin weil die verstehen das ja doch nicht da habe ich dann ein Problem insbesondere wenn die Weiterbildung das Unternehmen bezahlt wird ja das wäre jetzt erst mal Macht und Autorisierung ich sehe einige die schon ziemlich müde geworden bin ich verstehe das aber es sind nur noch drei Stunden bis Buffalo wir machen jetzt Pause bis 13 und 30 Ich hoffe, dass wir uns wiederholen können.